Hey, ich bin Schaulich, also herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Lunar Seas and Roads, ein Spiel, wo wir schon vor fast 5 Jahren, glaube ich, die erste Demo gespielt haben. Und vor knapp einem halben oder dreiviertel Jahr die zweite Demo. So, die erste Demo hat mir super gut gefallen, die zweite Demo fand ich ziemlich unausgereift. Aber man weiß natürlich auch nie, aus welchem Stand der Entwicklung so ein Spiel ist und so. Deswegen haben wir ja die Vollversion und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Ich meine mich noch erinnern zu können, dass damals so die ersten Sachen, die ich darüber gelesen habe, was von dynamischer Hausgenerierung stand, dass kein Spielerlebnis wie das nächste ist. Vielleicht wurde das aber auch wieder verworfen, ich weiß nicht, also versprecht euch nicht zu viel. Wir schauen mal rein. Es geht, glaube ich, gut 3-4 Stunden so in die Ecke und machen ein neues Spiel. Wir haben es auf Deutsch und ich hoffe, die Übersetzungen sind gut. Viel Spaß dabei. Los geht's. Ausflug nach St. Rhodes in den umliegenden Gebieten des Dorfes. Dorfes. Ah, ja. Hallo? Oh, um, this is news to me. I hadn't been informed about inheriting any property. I see. The problem is, we've discovered a connection between your house and a previous case I investigated almost ten years ago. I need you to come to the Wellsmith Police Station to provide some information and grant authorization to search the building. When you arrive, you can also sign some legal paperwork to formalize your ownership of the property. Sure, I can do that. But I'd like to view the property first. Okay, then. I'll be on my way to the town right now. Let us meet at the mansion entrance. Alright, Detective. I'll be there in a few hours. Okay. See you then. Alles sehr vage Zeitungaben. In ein paar Stunden. Okay, treffen wir uns da. Alles klar. Wie lange will der Polizist denn warten? Wie viele sind denn ein paar Stunden? Also, wir haben ein Haus geerbt. Toll. Ein Horrorhaus. Mal wieder. Haben natürlich keine Ahnung davon. Umsehen, bewegen, Inventar, Tab. Oh, eine Taschenlampe. Eine tragbare Taschenlampe. Unerlässlich, um sie im Dunkeln zurechtzufinden. Aber wir haben noch mehr. Den Stammbaum. Oh, können wir da irgendwie... Ah, okay. George Rhodes. Das sind wir wohl, was? Alles klar. Mein Stammbaum. Das ist ein sehr einsamer Stammbaum. Wenn wir noch nicht mal wissen, wer unsere Eltern sind, ne? Okay, was haben wir noch? Äh, mein Tagebuch. Ich muss ja mal gucken, wie man da reinkommt. Mein Tagebuch. Ich habe schon als Kind Augenprobleme gehabt. Ist meine Brille. Wenn ich eine Brille trage, sehe ich... Wenn ich keine Brille trage, sehe ich sie ja verschwommen. Ich sollte auch eine Brille tragen. Gut. Gucken wir mal ins Tagebuch rein. Dieses komische Symbol kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, es fehlen... Einige Seiten. Im Tagebuch. Na, okay. Ich bin gespannt. Gut. Wow. Also, ich glaube, es sieht schon ein bisschen besser aus. Als die Demo. Wenn ich mich so umgucke. Und ich habe die Demo auch als... Ziemlich dunkel in Erinnerung. Oh, wir haben Hände. Ach so. Okay. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Mein Freund. Taschenlampe benutzen. E. Oh, nee. E. Okay. Die Touristenroute. Oh, ein Notizbuch. Notiz. Heimkehr. Ankunft im melancholischen St. Rhodes Haus. Ich habe einen Anruf von Detective Roy Millard erhalten, der mich über mein Erbe eines Anwesens informierte. Ein Haus, das der Familie Rhodes gehört. Zunächst konnte ich es kaum glauben, doch als ich die Bedeutung realisierte, war ich erschüttert. Ich habe zugestimmt, Millard auf der Veranda zu treffen. Doch der Gedanke, das Haus persönlich zu sehen, jagt mir Schauer über den Rücken. Ich frage mich, welche Geheimnisse und Mysterien das Haus birgt. Hoffentlich finde ich dort nichts, was nicht für meine Augen bestimmt ist. Alles klar. Ich weiß nicht, wann es spielt, aber da wir gerade Kerzen anhatten... Teddy? Da wir gerade Kerzen anhatten, würde ich sagen, könnte vielleicht so... Aber es gab Telefon, könnte so Jahrhundertwende sein. Aber mit dem Auto? Mit der Tür interagieren. Links klick. Okay. Ach, mit der Tür. Achso, ich kann auch... Ach, F. Ah, F ist... F ist der Stammbaum. Ah. Ah ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Haben wir unbegrenzte Batterie? Kontroll. Ja, okay. Automatisches Speichern. Betritt das Dorf, sind Drones? Navigiere dich durch das Dorf. Schön. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Oh, ich kann mich noch erinnern. Ich habe mich in der Demo auch verlaufen. Hallo? Ich kann einfach durch die Wäscheleine gehen. Magic Moments. Ah, eine Leiter. Können wir da irgendwie weiter? Okay, springen können wir nicht. Oh, ich mag die Windgeräusche. Ja. Ah, doch. Das geht. Ah. Okay. Nehmen. Ein Becher. Glückwunsch. Da ist ein Sammelobjekt gefunden. Oh. Missing. Joseph Carter. Joseph Carter. Oh, und was haben wir hier? Eine Gabel oder so? Eine merkwürdige Gabel. Die können wir leider nur untersuchen. Nicht mitnehmen. Gut. Da geht es weiter. Hier ist auch noch was. Können wir das aufmachen? Nö. So, lass mich, lass mich kurz orientieren. Ich bin, glaube ich, hier unten irgendwo reingegangen. Da sind wir her. Da ist noch eine Kiste. Ah, nee. Hier sind wir durch. Da sind wir rein. Und dann weiter. Ich renne ja noch nicht mehr. Und der ist schon außer, außer Atem. Was ist das? Irgendwas Flattriges. So, da sind wir raus. Okay. Ah, ja. Oh nein. Jetzt regnet es auch noch. Alles klar. Stimmt. Wir konnten mit Leertaste unseren... uns den Regen von der Borelle wäschen. Das ist ganz cool. Oh. Okay. Ah, da kann ich mich doch unterstellen. Ich gucke gerade, was hier so ist. Komm ich hier hin? Nee. Wir müssen da rein. Puh. Alles klar. Oh. Ah, soundmäßig gut gemacht. So, dass wir jetzt so unterstehen hier. Und es plätschert. Und die Brille wird nicht mehr nass. Oh, können wir da vielleicht durchs Fenster rein? Ja, ich glaube schon. Gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Versperrt. Komm mal hier. Oh. Ja, komm. Das lässt es mir nicht zweimal sagen. Ich wollte nicht wirklich eindringen. Ist das ein Kopf? Bestimmt nur ein seltsam geformtes Stück Holz. Ah, ja. Ja, okay. Das wir hier machen können, ne? Was ist das für ein merkwürdiger Würfel? Okay, wir können uns alles angucken. Teller. Wunderbar. Also, wenn wir die Lupe haben, können wir es angucken. Okay, wir sind nicht allein in diesem Haus. Ah. Und wenn wir die Hand haben, können wir es nehmen. Wie dieses Feuerzeug hier. Zackwurm. Okay. Warte mal, was ist denn da? Mit einem Feuerzeug, das ich in einem verlassenen Haus gefunden habe. Das ist meine einzig verbleibende Lichtquelle, seitdem ich das Kreuz auf den Kopf gestellt habe. Keine andere scheint noch zu funktionieren. Was? Welches Kreuz auf... Naja. Werden wir bestimmt rausfinden. Stand da nicht noch ein neuer Eintrag? Ach doch, hier. Ganz hinten. Hä? Hä? Okay. Keine neuen News. So, das können wir nur angucken. Ausmachen. Anzünden. Aufmachen. Aufmachen. Oh, schön. Okay. Zeitung. Okay. Jetzt kann ich mal angucken. Oh, ja. Ah, ein Spielzeug, Alter. Wollen wir vielleicht auch Kinder? Ein Brief. Okay. Können wir das irgendwie drinnen nehmen? Ah, ja. Ich habe eine neue Notizbuchseite gefunden. Ich habe eine neue Notizbuchseite gefunden. Ich habe eine neue Notizbuchseite. Und als Edward auftauchte, wurde alles nur noch schlimmer. Jetzt, da er weg ist, können meine Familie und ich endlich ohne Angst vor Edward in das Anwesen ziehen und uns zusammen mit Dorothy, Frank und Lillian um Harry kümmern. So viele Namen. So viele Namen. Gut. Äh, da geht's Treppe rauf. Oh. Nette Lederjacke. Oben haben wir ja anscheinend noch Besuch, ne? Oder den Hausbesitzer. Oh, was haben wir hier? Oh. Ha. Was ist das denn für ein Schaf, Alter? Okay, wir können es nur ankommen. Oh, ja. Bleibt es wohl so detailreich? Das ist nur eine Dose. Können wir den? Den könnte man auch noch. Ja, okay. Okay, okay. Na, mal sehen. Hallo? Ist die Haustür. Was wären wir denn hier am Eingang? Liegt hier auch noch irgendwas? Kippen. Würfe. Ah, extra blockiert. Also hier können wir nicht durch. Keine Chance. Okay. Gucken wir mal, was hier unten so ist. Der Keller ist auch versperrt. Vielleicht aus gutem Grund. Hm. Ja, könnte so 20er, 30er Jahre sein vom Style, ne? Das ist dann wohl die Familie, die hier wohnt. Nicht wirklich viel drin. Oder gewohnt hat. Wer weiß. Verschlossen. Ich navigiere die Finder einen Weg zurück ins Dorf. Okay, müssen wir erstmal oben gucken. Hallo? Die Tür steht auf. Da kramt doch einer. Ein wetterer Brief. William Andersons Brief an Simon. Lieber Simon. In der letzten Zeit geht es mir aufgrund der Ereignisse im St. Rhodes Haus wirklich sehr schlecht. Du weißt, wie sehr ich diese Rhodes zwar abscheue. Sie sind so materialistisch, dass man meinen könnte, sie seien von Grund aus auf verdorben. Sie haben Gottes Lehre völlig ignoriert und dienen nur dem Bösen. Wenn du die unheimlichen Lieder hören könntest, die sie in stockdüsteren Nächten singen, wüsstest du, was ich meine. Mein Onkel war schon immer ein großer Fan der Rhodes und hat mir nie erlaubt, sich mich gegen sie aufzulehnen. Aber jetzt, da er nicht mehr hier ist, kann ich endlich mein Schweigen brechen. Ich werde die Polizei rufen und alles erzählen, was ich über die verdorbenen Machenschaften dieser Rhodes weiß. Das ist das Mindeste, was ich für meine Mutter tun kann, die sehr unter ihnen leiden musste. William Andersons. Mr. Andersons. Was haben wir hier schönes? Oh. Oh, ist nichts drin. Schade. Ein Radio. A und D. Radio einstellen. Ein Radio. Seltsames Programm heute. Weil ich dein Foto, das kann ich mir nicht aufnehmen. Okay, genug mit dem Radio gespielt. Ich schau mal, was hier ist. Sieht dachdachboden aus. Hallo? Okay. Eine Karte von St. Rhodes. Aha, da ist das Roadhouse, Haupttor, Haus der Andersons. Und wir sind da bei dem X? Ja, ich schätze schon, ne? Okay, da haben wir ja noch ein Stück vor uns. Wenige Texte. Boah, diese scheiß Ketten, Alter. Ach, hier ist das Kreuz. Ja, 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 ja. Das mach ich später. Ich lese erstmal. Sorgen über Wiederaufleben lokaler Kulte wurden entfacht, als die Tierzucht- und Forstverwaltung von Worldsmouth 63 Kadaver heimischer Wildtier nahe eines Teiches entdeckten, welcher unweit der Gemeinde St. Rhodes gelegen ist. Fünf Proben von Vögeln wurden zur Untersuchung an das Diagnostiklabor der Abteilung für Tierseuchen in Northwood Worldsmouth gesendet. Okay. Seltsame Lichter im Wald. Zahlreiche Augenberichten zufolge sind in den letzten vier Wochen mysteriöse Lichter an der berüchtigten archäologischen Stätte erschienen. Die Stätte befindet sich an den steilen Hängen der Teufelskammer, einer unwegsamen Felsformation nahe des Dorfes St. Rhodes. Den Aussagen zufolge hatten die Lichter einen rituellen Charakter. Woran erkennt man das denn? Einen rituellen Charakter? Zu dieser Jahreszeit ist der Ort nahezu unzugänglich, was die Polizei eine Untersuchung der Situation unmöglich macht. Sheriff Johnson versichert, dass eine gründliche Untersuchung durchgeführt wird, sobald die regelmäßigen sinnflutartigen Regenfälle der Region vorüber sind. Hinten drauf steht nichts. 600 Jahre alte Artefakte in der Nähe von St. Rhodes entdeckt. Archäologen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die mysteriösen, aus Holz gefertigten Artefakte, die in einer Stätte nahe des Dorfes St. Rhodes im Norden Whirlsmouth entdeckt wurden, keine Werkzeuge sind. Die fast 600 Jahre alten, geigenförmigen Artefakte könnten stattdessen grob geformte Figuren darstellen, denn die verstorbene Familienmitglieder repräsentierten und höchstwahrscheinlich Teil eines komplexen Ahnenkultes waren, zu dem das Rituelle Begraben und Exzumieren der Verstorbenen gehörte. Dorfbewohner verschwunden. Ein offiziell Untersuchung des Verschwindens von 13 Dorfbewohnern, die seit nunmehr zwei Jahren vermisst werden, ist unerlässlich. Nun äußern sich ein Gehörige der Vermissten aus St. Rhodes zu dem Verschwinden ihrer Familienmitglieder. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört, seit sie verschwunden sind, sagt eine Frau, deren Onkel 48 und Cousin 35 unter den Vermissten sind. Okay, Notiz erhalten. Die Ruhe vor dem Sturm, Überreste der Vergangenheit, je mehr ich herausfinde, desto mehr wird mir klar, dass die Dunkelheit, die unter der Oberfläche lauert, weit schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe. In diesem Dorf werden Geheimnisse gehütet und ich befürchte, dass sie finsterer sind, als uns allen bewusst ist. So, jetzt drehe ich das Kreuz. Es soll doch nicht das Kreuz. Ah, ich kann es nehmen. Glückwunsch, du hast dein Sammelobjekt gefunden. Okay, dann war es nicht das Kreuz. Keine Ahnung, was dann beim... Was beim Feuerzeugstand, wie das gemeint war. Okay, aber wo muss ich jetzt hin? Ah. Oh nein, der Sensenmann! Was muss ich jetzt tun? Warum sind hier denn so Kabel? Warte mal, die führen nach oben. Wo führen sie hin? Weiter nach oben? Ah, hier an diesen Kasten. Ich brauche eine Sicherung, wie es scheint, um da rauszukommen. Äh, warte mal. Wahrscheinlich muss ich erst mal zur Tür, damit das angetriggert wird. Wahnsinn! Oh. Es hat ja auch so funktioniert. Hallo? Sensenmann? Ich gucke mal aufs Kärtchen. Ach nee, wir sind im Haus Anderson. Was ist denn da mit dem X markiert? Town Center ruins, Post Office Church. Na gut. Ist jetzt die andere Seite vom Haus richtig? Hauptsächlich ordentlich Holz. Oh. Willy. Son of J.L. and M.A. Lofler. Born, 23. Januar 1879. Gestorben, 7. Mai 1903. Fort, aber nicht vergeben. Ermordet von Walter Martinson. Oha. Und hier auch wieder so ein... Ah, Geigen. Figuren. Figuren. Das müssen diese Figuren sein, die erwähnt wurden. Möglicherweise. Was steht denn da? Ist das der Friedhof? Ich lege meinen Kopf zur Ruhe. Und während ich das tue, liege ich zu deinen Füßen. Die Gesichter, die ich gesehen habe. Die Stimmen, die ich gehört habe. Die Wörter, die ich gesprochen habe. Die Hände, die ich geschüttelt habe. Die Arbeit, die ich geleistet habe. Die Freude, die ich bekommen habe. Die geteilt habe. Die Leiden, die ich hervorgeholt, oder die revealed, die ich entdeckt habe oder gesehen habe. Lege ich zu deinen Füßen. Und ich tue es. Und während ich das tue, lege ich meinen Kopf zur Ruhe. Aha. Aha. Ist das hier... Warte mal. Ist das vielleicht der Friedhof? Ja, das sieht so aus, ne? Ruins. Ist das markiert? Okay. Ist auf jeden Fall schon mal anders als die Demo bisher. Netter. Netter Amboss. Mail. Kann ich das nicht irgendwie... Ist zu, ne? Kann ich mir die Post nicht klauen. Hm. Aber ich frage mich... Warum sind hier diese Kabel mit dem Sicherungskasten oben? Das ergibt doch keinen Sinn. Na gut. Gehen wir weiter. War vielleicht anders geplant. Oh, alle haben diese Kellerluke hier. Na gut. Aber wenn es hier wirklich so Stürme und so gibt... Notizbuch aktualisiert. Mal sehen. Erkundung von Sir Rose verlassen Storff. Es scheint, dass Sir Rose nach dem, was hier passiert ist, einfach seinem Schicksal überlassen wurde. Eine Schwere liegt in der Luft, die den gesamten Wald durchdringt. Ein unheilvolles Gefühl, das sich nicht abschütteln lässt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Demo mich ziemlich verlaufen habe hier. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich verlaufen habe. Das ist hängen geblieben. Aber mal sehen. Drücke Shift. Achso, Rennen. Shift drücken. Achso, ich renne schon. Okay, das ist normales Gehen. Aha, so ein Wassertank oder was? Ja, ich dachte es mir fast. Mal sehen. Warte mal, wenn wir auf die Karte gucken... Achso, da ist zu. Achso, das ist immer, wenn es versperrt ist. So, da können wir rechts und links. Rechts scheint auch ein Tor zu sein. Oh. Äh, kriege ich meine Taschenlampe wieder? Rechts scheint auch ein Tor zu sein. Das ist aber auch versperrt. Aktualisiert sich das auf der Karte? Nee. Ich glaube, er sagt dann immer, I should find another way. Haben wir zumindest nur einen Weg. Immer schön nach den Sammelobjekten Ausschau halten, ne? Das schien mal der Brunnen zu sein. Ja, das ist schon so eine Art Strommast. Hm. Okay. Das müsste dann der Weg sein. Oh. Ja, einfach mal so ein Sarg, ne? Warum nicht? Oh. Wieder so ein Teil. Hier sind aber auch überall. Ist aber auch nicht... Ist jetzt nicht dasselbe, wo ich... Ne, das ist nicht dasselbe, wo ich vorher war. Okay, da können wir lang. Ah, da führt es irgendwie in so einen bestimmten Bereich. Oder weiter geradeaus zum Haupttor. Ist jetzt die Frage, ob das verschlossen ist. Ich guck mal hier rein. Ich bin ja neugierig. Aha. Irgendwas hier hinten? Nö. Da geht es dann auch nochmal links. Oder hier lang. Gucken wir mal hier. Vielleicht finden wir noch ein paar... Ne, warte. Hier bin ich hergegangen. Hier bin ich. Da. So. Genau. Und dann ging es links und rechts. Hier hoch. Ein Kornfeld. Oh ne Höhle oder so. Hallo? Ah. Okay. Nur daran zu denken. Ein Altar haben wir hier gefunden. Alles klar. Ah. Okay. Vielleicht müssen wir später dann nochmal zurück. Also wirklich was passiert ist bisher ja noch nicht. Was ist das? Und was ist das? Aha. Warum sollte ich in den Brunnen gucken? Warum? Was für einen Grund? Sollte ich haben? Hat er sich hier auch markiert? Nee. Okay. Dann gehen wir zurück. Wir rennen quasi zurück. Und gehen den Weg weiter Richtung Haupthaus. Also bisher finde ich es aber trotzdem besser. Ähm. Als die Demo. Oh, ein Spielplatz. Oh, da ist das Licht. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Wir können das fast irgendwie... Ah. Oh. Ein Geheimgang. Dorfkarte aktualisiert. Geheimweg. Ach, wahrscheinlich weil wir nicht ins Haupttor reinkommen. Kann das sein? Ich versuch's mal. Ich versuch's mal am Haupttor. Aber ich wette, er sagt, ich muss einen anderen Weg finden. Können wir was aufmachen? Ziemlich viel Kram liegt hier rum. Ne Jeans. Und da ist sowas wie Graffiti hier. Wann spielst du denn? Jetzt sieht's ja neu zeitlich aus. Verdammt. Verdammt. Ah, okay. Okay. Also hier geht's auch erst rein, wenn wir was zum Durchschneiden haben. So, jetzt mal. Wo war der Geheimweg? Hier. Geheimer Geheimweg. Markiert mit einer Laterne. Von den Dingern gibt's viele. Ah, ist ja nix drin. Ah. So kommen wir nun doch zum Haus. Ist exakt dieselbe Einstellung wie bei Nightmare House. mit dem riesigen Mond und wie wir so durch den Wald darauf zu gehen. Oh. Nice. Alles klar. Oh, guck mal. Da kommt man auch hier. Sehr einladend. Ein Grab. Ein weiteres Grab. Kennst du die Glocke läuten? Eine Puppe. Okay. Und wieder so ein Teil. Was es wohl damit auf sich hat? Aaron Scott. Oktober. 18. Oktober 1842 geboren. Dezember. Am 23. Dezember 1932 gestorben. Ja, dann. Blackwell. Dann, denke ich mal. Ja, ich bin immer mal für, dass du 30er spielt. 40er. Vielleicht auch 50er. Na, mal sehen. Da ist noch eine Hütte. Da können wir noch reingucken, bevor wir zum Haupthaus gehen. Ich bin ja mal fürs Entdecken, ne? Ach, leider abgeschlossen. Ach, wie schade. Okay. Ich hoffe, der Kopf ist schon da. Wie lange die Wäsche hier wohl schon hängt. Das ist aber cool gemacht mit dem. Hier ging es wahrscheinlich nur zum Haupttor. Wo ich jetzt so auch nicht rauskomme. Okay. Vielleicht finden wir das ja im Haus. So. Wie gesagt, von der Aufteilung. Definitiv besser, wenn man hier so reinkommt. Mal gucken. Da hinten leuchtet was. Eine Laterne. Können wir die nehmen? Ein Schlüssel. Ah. Schlüssel für das St. Rhodes Haus. Dieser Schlüssel sieht sehr alt aus. Ich frage mich, welche Tür eröffnet. Zünde eine Kerze an. Was haben wir hier? Können wir verschiedene Blumentöpfe angucken. Verstehe, verstehe. Der Mascherbesen. Also in Blumentöpfen können wir auch Dinge finden. Gut. Irgendwelche Hinweise auf den Kisten. Nö. Hallo. 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 Also. Okay. Oh, er könnte... Blocked. Spad. Blocked. Sperrt. Beragt. Aber wir haben einen Schlüssel. Inventar öffnen. Ah, okay. Hallo. Tödelin? Erreiche das Anwesen deiner Familie. Notizbuch. Ähm, ähm, in den Kaninchenbau. Das unheimliche Erwachen ist in Rhodes Houses. Es fühlt sich so an, als wäre das Rhodes House am Leben und hätte nur auf mich gewartet. Es spielt meinem Verstand Streiche, laugt mich emotional aus und sorgt dafür, dass ich mich instabil fühle. Ich muss mich ausruhen und schlafen. Sehr schön. Okay, wen haben wir hier? Oh, guck mal, noch ein Radio. Ich glaube, wir haben keinen Strom. Ja, wir haben keinen Strom. Was sind denn das für Kabel hier überall? Und was ist da zu Bruch gegangen? Aber wir können Kerzen anzünden. Pineview Drive lässt grüßen. So, ich mach erstmal die Tür zu. Dann wird's auch ein bisschen wohliger hier. Ja, ich überlege gerade. Ja, doch. Das ist das Haus aus der Demo. Ja, doch. Aus der ersten Demo. Ich bin mir ziemlich sicher. Auch das Telefon steht noch da. Ich erkenne es. Das ist irgendeinem Grund elektronisch versperrt. Ah, dafür sind es diese ganzen Kabel. Die alle in die Richtung führen. Ich guck mal eben, was hier noch so ist. Nicht viel. Hallo? Da können noch ein paar Kerzen anzünden. Dann fühle ich mich nicht so allein. Blocked. Oh, oh. Ah. Ah, das sind die Leute, die wir schon gefunden haben. Ah, verstehe. Blocked. Aber da ist auf jeden Fall Licht an hier. Ich will mal, äh, ich will mal. Hier, das ist, äh, ich wollte gerade sagen, das ist aus dem Mr. Bean Film. Withers Mutter oder sowas. Ich wollte diesen Witz gerade bei einem anderen, bei einem anderen Bild machen, aber mir ist der Name nicht eingefallen und ich dachte, das kennt eh keiner. Hier, warte, bei dem Bild. Wo war's? Bei dem da. Oh. Alles klar. Hier bei dem Bild, weil er ist so ähnlich wie das da. Haha. Ist ein besonderes Bild, weil es seine Mutter zeigt. Okay. Falls es mit Absicht da reingepackt wurde, I see what you did there. Alles klar. So, hier geht gar nichts mehr. Kein Strom, kein gar nichts. Äh, hoch will ich noch nicht. Wir folgen erst mal die... Kabeln. Ah. Ah. Okay. Das sind auch diese komischen, aber ich Ich höre alle Warum sind da so viele Nägel? Sicher jetzt erst Die scheinen irgendwas zu sagen, die stimmen Aber ich check Check nicht, nicht was Na gut Kabel folgen Langsam und bedacht Sie gehen irgendwie in diesen In diesen Raum Rein Können wir da vielleicht her Oh, endlich ein bisschen frische Luft Sehr gut Och Chuck, was haben sie denn mit dir gemacht? Haben sie mich einfach in die Wanne Gestellt Fällt einfach das Fenster zu Ich glaub's ja nicht Okay, wir müssen da in diesen Raum Hallo, hallo Guck mal, da kann man Ist nur ein Sack Da kann man irgendwie reingucken Jetzt ist irgendwas zu lesen Zu finden Das machen wir mal zu Das ist immer ganz schön verwinkelt alles Und warum kann man hier bald durchgucken? Ah, der Weinkeller Da können wir nichts einstellen Hier gibt's auch nichts Hier gibt's nichts Hier gibt's nichts Okay Oh Was war das? Was? Ist zu Blocked Okay Wird grad ein bisschen nervös hier irgendwie Dann Kann man ja nur noch hochgehen Okay Ich weiß nicht, welche Tür dazu gefallen ist Keine Ahnung Das ist alles versperrt So teilweise Was ist das für ein seltsames Haus? Hat doch keiner gelebt mehr, oder? Uh Und ungezüchtern gibt's auch noch hier Oh Guck mal Guck mal Es sind noch mehr Kabel Die führen irgendwie bis auf den Dachboden Warum ist hier alles verkabelt? Das ist ja merkwürdig Die klemmt irgendwie Ach komm schon Naja, blockt Blockt Also in diesem Bereich kommen wir nicht Da geht aber auch die Treppe wieder runter Wie es scheint Huh Was war das? War das eine Krähe? Die ist dagegen geflogen Da glitzert doch irgendwas im Baum, oder? Das ist nur eine Spiegelung Die ist ja gerade gegengeflogen Ja Okay, auch hier kommen wir nicht durch Hm Ah Ah, warte da Da ist ja was Ein Schalter Oder ein Hebel Oder so Aber wie kommen wir da dran? Müssen wir vielleicht das Richtige finden? So eine Art Spieß Wie die Scherben hier Oh Äh Lockt Ein Hebel Ein Hebel Ein Hebel Ah Okay Aber auch nichts Was wir irgendwie nutzen können Ist der scheiß Grabe Gerade runtergefallen? Da war das doch, oder? Hm Ich finde heraus Wie du den Strom wieder einschalten kannst Okay Das ist unsere Aufgabe Äh Guck ich nochmal hier hinten Irgendwo muss ja so eine Art Hebel sein Nicht Hebel So eine Art Stock Ah Das dort Ne Schade Wäre jetzt eine Idee gewesen Äh Die da war zu Ne Die Tür Ja Lockt Also irgendwie müssen wir hier Hier in diesen Raum Hier rein Irgendwie Hier links Hier durch Wahrscheinlich hier her Aber hier ist zu Oder ging es da doch irgendwie her Äh da ist aber zu Was ist das hier? Blockt Da kommen wir auch nicht in den Ball Hä? Hä? Äh Okay Okay Wieso ist der Stuhl hierher geflogen? Hier können wir hochgucken Wirklich weiterhelfen mir das auch nicht Wir müssen irgendwie an diesen Kronleuchttach rankommen Irgendwie müssen wir da Das kann doch nicht so schwer sein Irgendwas muss doch hier Irgendwas muss doch hier sein Womit man da rankommt Hm Ja ist definitiv ein Stromhebel Ja Was Was zischt hier Hier Ah Okay Jetzt hat er ihn realisiert Da muss ich hier fünfmal die Treppe rundrund Hier ist auch noch ein Radio irgendwo Wie kommt man da dran? Wie kommt Oh hier ist nur ein Schächtelchen Können wir aber auch nichts machen Ja 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 Haben wir aber nicht drin Haben wir irgendwas? Einen Stock oder sowas brauche ich Einen Stock Oder was zum Werfen Aber hier ist nix Oder sehe ich das von hier? Was? Ah Wegen dem Luftzug Alles klar Ein Hebel Die Kronleuchttach Der Eingang Er gehört wohl zu etwas anderem im Haus Okay Okay Jetzt brauche ich nur den Sicherungskasten Der scheint ja irgendwie hier nach oben zu führen Oder so Da ist auch noch ein Licht Oder da Also wo ist der Ich kann mir jetzt nur das Das ein Ich weiß jetzt nur das eine Haus Wo quasi ein Schalter für den Sicherungskasten war Nicht in diesem Haus Aber das macht ja keinen Sinn Oder? War hier irgendwo ein Sicherungskasten? Wenn man den Kabeln folgt Muss es ja irgendwo da sein Könnte es wirklich das andere Haus sein? Wo ich den einsetzen muss? Oder ist der außen irgendwo? Könnte auch noch sein Außenbereich Kann ich noch gucken Guck mal langsam Nicht wirklich, ne? Aber es würde natürlich keinen Sinn ergeben Dass ich in dem Sicherungskasten In dem anderen Haus Den Hebel einsetzen muss Ne, das ergibt keinen Sinn, oder? Das ist Quatsch, oder? Oder? Der muss irgendwo in diesem Haus sein Logischerweise hat jetzt gesagt Folge den Kabeln Wacht Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Schlüssel Um da rein zu kommen Sicherungskosten Wo bist du? Wo versteckst du dich? Aber ein Schlüssel ist hier nicht auch noch irgendwo Versteckt an so einem geheimen Geheimversteck Irgendwo komme ich da durch Gib mir doch mal ein Tippspiel Noch mal oben gucken Das ist natürlich cool, dass du das Fenster aufmachen musstest Um den Windstoß hier Hinzulocken Kann man denn von hier Irgendwo in die Etage tiefer Aber hier oben sind auch die ganzen Kabel Also verdammt Ich weiß, der einzige Strom Dingens ist in dem anderen Haus Deswegen gehe ich da jetzt hin Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt Aber ich weiß nicht, wo ich das in dem Haus machen soll Aber vielleicht brauche ich ja erstmal einen Schlüssel In dem anderen Haus Keine Ahnung Ähm Jetzt muss ich nur wieder den Weg zurückfinden Andererseits kannst du dich auch frei In diesem Dorf bewegen Von daher würde ich sagen Ja Möglich Möglich Warum nicht Oh, noch mehr Särge Ich muss nur das Haus wieder finden Ah, wir müssen direkt drauf zurennen Da vielleicht irgendwo Haus der Andersons Genau Hier irgendwo Da hinten Das da Ja So Und zwar Ging ja hier auch die Kabel hoch Und da war so eine Art Sicherungskasten In der Ecke Aber Auch wenn das hier so aussieht Es funktioniert nicht Es muss also in dem Haus noch so ein Teil sein Es muss eigentlich genau so aussehen Mit so einem Stromsymbol drauf Hm Ich mag es ja nicht so gerne Wenn man allzu lange rätseln muss Ähm Wo jetzt was ist Es könnte natürlich sein Dass wir jetzt noch einen Schlüssel finden müssen Um Raum weiter zu kommen Der Schlüssel kann jetzt überall sein Wo ich habe jetzt einfach Pech gehabt Und denke Ich habe überall nachgesehen Und habe es dann doch nicht getan Ähm Kann man hier noch ein Was ist da schon drin Da lag nur so ein Teil wieder Okay Dann sitzen wir da Wo war jetzt nochmal dieser Oh Keep out Ach doch Das war der Geheimgang Naja Wir haben es versucht Ne Wir haben es versucht Versuch macht klug Vielleicht muss man aus dem Fenster Wir konnten ja auch durch die Fenster Und Dann kommt man vielleicht in einen anderen Bereich Weil da ist ja Fenster auf Aber da kommt man nicht hin Bin gerade verwirrt Weil der Kopf wollte doch eigentlich kommen Oder Das könnten wir nochmal ausprobieren Wenn man hier irgendwo durchs Fenster kommt Hier vielleicht Nee Dann sitzt man über die Veranda In den Nebenraum gekonnt Oh Dann müssen wir noch eine Ebene höher Weil alle Kabel führen irgendwie nach oben Kommen wir unten in ein anderes Zimmer Durchs Fenster Nichts in dem Schrank Also hier ist das Fenster auf Da kriegen wir es nicht auf Da kommt man zumindest durch Weil man kann es aufmachen Aber es fällt auch wieder zu Was hat das mit diesen Löchern auf sich Ja da ist ein Zwischenraum Ich habe keine Ahnung Oh Wie man da hinkommt Ach Die können wir nehmen Glückwunsch Ach ein Sammlerobjekt Okay nichts Nichts was uns hier weiter bringt Also entweder ist hier irgendwas verdammt gut versteckt Und wir müssen sehr genau hinsehen Weil wir einen Schlüssel brauchen Oder so Oder ich bin zu doof für das Spiel Ja also hier würde ich sagen ist nix mehr Nix 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 Prinzip hier Ah Doch Guck mal hier Da kommen wir hin Sieh mal einer an So geht es hier weiter Zeige ich doch Wir müssen ordentlich gucken Schon clever gemacht Doch Weil hier führten doch auch die Die Kabel rein In diesen Zwischenraum Oder Ah da kommen wir anscheinend auch noch durch Ja Okay Da geht es auch weiter Folge den Kabeln Okay Brille abwäschen Ah Wir sind im Äh im Dingens Äh im Dingens Äh Raum Weinkeller Weinraum Da führen die Kabel weiter her Wenn wir durch Spinnweben gehen Müssen wir uns auch immer abwäschen Ah Und da ist der Stromkasten Wir Kannten ihn ja schon Hier steht ne Vase Gruselig Nun gut Ja hab ich schon Klack Hey Hurra Was geht Aktiviere den Strom Im Haus Das haben wir getan Und ich würde sagen In der nächsten Folge Werden wir weiterhin dieses Haus Erkunden Weil das ist unsere Aufgabe Ich bin schon gespannt Und ich hoffe ihr bleibt dran Und seid auch wieder dabei Bis zum nächsten Mal Haut rein Hey ich bin Joey Ich heiße euch herzlich willkommen Zurück zu Lunacy St. Rhodes Wir haben in der letzten Folge Das Haus betreten Und den Strom aktiviert Dadurch Hatten wir Einige Rätsel zu lösen Und ähm Unsere aktuelle Aufgabe Ist es jetzt das Haus Weiter Zu erkunden So ich bin gespannt Wir mussten uns so ein bisschen Hier durch den Keller kämpfen Ja kaum ist der Strom an Geht alles wieder kaputt Na Und wir hatten schon eine Begegnung Mit einer Mysteriösen Figur Eigentlich warten wir hier Auf den Polizeichef Der uns Ähm Zum einen Die Ja Sachen Überreichen wollte Damit wir das Haus hier vernünftig Erben Überschrieben kriegen Äh Vererbt kriegen Und zum anderen Wollte die Polizei eigentlich hier rein Wegen einem anderen Fall Oder Mordfall Oder so Na gut Äh Mit dem Strom müssten wir jetzt eigentlich die Türen Die elektronischen Türen Aufbekommen Da sind sie nicht Oben waren auf jeden Fall zwei Aber unten auch zwei Das heißt wir kommen in einen Anderen Bereich So ich schließe mir die Tür Weil es ist wirklich Äh windig Und da klingelt das Telefon Hallo Oh Alan We finally reached you Ah Detective Millard Is that you? This is George speaking George Rhodes Oh Hey George It's a surprise to see you show up so early I got held up on the road due to the weather By the way Did you run into my partner on your way there? No I didn't see anybody around I suspect he's been delayed Just like me But fear not I'll make my way over there in no time Alright See ya Okay Der Polizist Wurde aufgehalten Aufgrund des Wetters Sein Kollege Ist leider auch nicht da Dass wir es überhaupt hier hingeschafft haben Na gut So Nochmal zumachen Ich mag das gar nicht Ähm Ach Die elektronischen Türen Sind jetzt automatisch Auf Gegangen Und hier kommt man auch nochmal auf Oh Pipi Hey Äh Warte mal Ach das ist eine kleine Treppe Jetzt hab ich's Jetzt hab ich's verstanden Ich dachte warum steht die so hoch Knie ich schon wieder Okay Hier ist eine zweite Ebene wieder Da kommen wir wahrscheinlich dann oben raus Weil oben Ach nee Da war abgeschlossen Zur anderen Seite Kommen wir da rein Okay Ich guck mich mal ein bisschen um Weil wie wir gesehen haben Ist umsehen wichtig Weil die Details wirklich hier versteckt liegen Wir müssen also noch ein bisschen ruhiger die Maus bewegen Um wirklich jedes Detail hier zu erkennen Weil sonst kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter So Okay Ach da Hey Kann ich die Kerzen anmachen Okay Oh Hier sind ja einige von denen Oh der Chuck Dem geht's gar nicht gut Der sitzt sogar schon im Rollstuhl So schlecht geht's dem Okay Wieso kann ich denn diese Kerzen nicht anmachen Schauen wir uns mal um Also hier oben Da sind irgendwie so Balken Kommt der rein Ach so Die Treppe ist blockiert mit den Kisten Da haben wir nicht wirklich eine Chance da hoch zu kommen Und hier ist so eine Art Bibliothek Und noch ein vertrockneter Chuck Oh Okay Arbeiten wir uns mal langsam vor hier Vielleicht gibt's in dem Bücherregal irgendwas von Das ist schon wieder der verrückte Stuhl der mich verfolgt Oh Ich geh mal zu hier Also das ist Funktioniert echt immer ein bisschen komisch Okay Aber auch sonst gibt's hier nichts Oh Eine sehr schöne Ledercouch Da möchte ich mich doch gleich drauflegen und terravieren lassen Ach das sind schon wieder diese Glasscherben wo ich drüber trete Okay Was haben wir hier Eine sehr strenge Familie Aber irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor Entweder von der Demo Oder aus einem anderen Spiel Bin mir jetzt nicht sicher Wir schauen mal auf den Stammbaum Acelion Roads Aber wie sind wir mit der verwandt Naja wir gucken mal Vielleicht kriegen wir es hier raus Ah Ah ein Schlüssel Sehr gut Wir nehmen erstmal den Brief Nicht zugestellter Brief von Harry Liebe Lillian und mein lieber Sohn Während ich diesen Brief schreibe Fürchte ich dass es mein letzter sein könnte Ich habe mich entschieden gegen etwas zu kämpfen Das alles zerstören könnte Was uns lieb und teuer ist Mein lieber Sohn George Bitte sei dir stets bewusst Dass dein Vater immer stolz auf dich sein wird Und für deine Zukunft kämpft In Liebe Harry 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 Rhodes Ist unser Vater Da ist er drin Mit Acelion Rhodes Das heißt Das heißt William Anderson Und Dorothy Anderson Waren die Großeltern Und Frank Anderson Ist unser Onkel Das sind die Andersons Die Rhodes kommen also von Harry Okay das war mütterlicherseits Gut Schlüssel Nummer 1 Da ist eine 1 Da ist eine 1 drauf Aber wofür soll der sein Schlüssel zu Zimmer 1 Das scheint der Schlüssel Zu Zimmer 1 zu sein Okay Wo zur Hölle ist Zimmer 1 Das Haus ist aber glaube ich Doch nicht so groß Wie ich erst dachte Was war das Und hier sind überall diese Diese komischen Gucklöcher in der Wand Also ich weiß auch nicht Hier können wir noch reingucken Aber da ist nichts drin Gibt es Hier gibt es noch was Ein Pott voll Erde Schade Ein Pott voll Dreck Oh aber da müssen wir vielleicht Durchaus mal reingucken Ich würde Ah Siehst du Ein Ring Ein Bräutigam Ring Das sieht Nach einem Verlobungsring Für einen Mann aus Okay Interessant Wofür könnten wir den denn Nur gebrauchen Kann ich die anzünden Nein Ich will noch mehr Collectibles finden Warte hier können wir noch Ne da bin ich hergekommen Oha Da oben sind schon wieder Schritte Da bröckelt schon wieder Der Putze in der Decke ab Und es werden Möbel verrückt Wahrscheinlich ist die Hausherrin da Verrückt wieder alles Also ich weiß gar nicht Das Spiel hat recht Schlechte Rezensionen Oder ausgeglichene Rezensionen Auf Auf Steam bisher Ich finde es aber gar nicht so schlecht Atmosphärisch finde ich das Eigentlich richtig klasse Bisher So dieses Erkunden und so Genau hingucken Versperrt Raum 1 Wird wahrscheinlich Unten in der Küche sein Ach da kommt man auch noch hin Ah hier geht es noch weiter Guck mal Alles klar Hoch und runter Hoch und runter Da sind wieder Spinneweben Auch so vom Sound und so Nicht schlecht Oh Sind das Hände Warum sind das fucking Hände Ich finde die Eheringe Ah ok Wir brauchen beide Eheringe Um durch diese Tür zu kommen Verstehe Einen haben wir schon Durch Zufall gefunden Ja Das ergibt Sinn Ok Oh Ein Haus mit Rätseln drin Das Das ist ja schön Das Ding lockt mich ja quasi in die Richtung Würde mich ja echt wundern Wenn das nicht Tür 1 ist Äh Versuchen wir das mal Schlüssel zu Zimmer 1 Nee Das war es schon mal nicht Ok Dann vielleicht oben Vielleicht muss das Ein Schlüsselloch haben Oder da hinten Waren da auch noch abgeschlossene Abgeschlossene Türen Bringt das irgendwas? Nö Hatten wir schon Das heißt übrigens Whistlers Mutter Und nicht Whistlings Mutter Whistlings Mutter Oder sowas Und Whistlers Mutter Gibt es wirklich das Porträt Ja Blocked Einfach blockt Ok Hier ist noch eine Tür Und sie hat ein Ja Sie hat ein Schloss dran Also möglicherweise Ist das auch der falsche Schlüssel Na gut Hier fallen einfach die Bilder Von der Wand ab Dann gucken wir mal Oben Da ist auch noch Ach Die Tür mit der 1 drauf Alles klar Das macht natürlich Sinn Achso Weil wir jetzt hier reinkommen Warte mal Hier Kann man nicht rein Das ergibt auch gar keinen Sinn Wenn man da die Treppe nicht runterkommt Aber man kommt hier rein Jetzt will ich mich aber erstmal In diesem Flur umsehen hier Und ein bisschen Luft machen Und gucken Ob wir noch irgendwo Collectibles rumstehen Oder so Zack Das glänzt da so Guck mal Das glänzt Das ist der Kamin Ist das ein Kamin? Das ist ein Kamin Ja Mhm Mhm Okay Die Tür ist auf Sehr schön Und was haben wir hier? Hier ist nichts Umgedrehte Kreuze Oh Aha Oh Die ganzen Kakerlaken Gehen in die Richtung Was ist das da? Ein Code Aber was bedeutet das? 8, 5, 3 Ist zumindest so eingekreist Oder? Wie gibt das denn? Da ist Tür 2 Guck mal Was können wir denn noch so erkennen? Okay Gehen wir erstmal in Tür 1 rein Vielleicht hilft es uns ja weiter Okay Guck mal Die Kakerlaken Rennen auch in diese Richtung Hier ist auch noch das Licht dann Da auch überall Das ist ja merkwürdig Die rennen alle in die Richtung hier Aber hier sind auch die Kakerlaken Schlacht 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 Kader Die Kakerlaken Die Kakerlaken Die Kakerlaken Die Kakerlaken Verwesung Verwesung will das Experiment Zunichte machen Und ich kann es mir nicht mehr leisten Zu scheitern Ah Aber auch ein Schlüssel Dorfkarte aktualisiert Erkunde den Schuppen draußen Welcher Schuppen Also erkunde den Schuppen draußen Findet die Ehringe Um die Kellertür zu öffnen Findet den Brautring Da ist definitiv zu Ja hier ist auch so eine Tür Ne Und der Schrank wurde zur Seite geschoben Mann, 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 Mann Können wir den Schrank Irgendwie zur Seite schieben? Ah Das können wir Aha Ah Ah, da brauchen wir So ein Ding ans Tür Was ist das denn überhaupt? Ach Taschenlampe Interessant Interessant Okay Okay Aber wir brauchen noch den zweiten Ring Möglicherweise Leute Dieser Wind in dem Haus Macht einen ja ganz verrückt Ich frage mich Ich frage mich Wofür dieser Code ist Auf jeden Fall geht es da noch weiter Okay Aber wir müssen erstmal in den Schuppen Wir müssen erstmal in den Schuppen Sagte ich schon etwa Wo ist das Bild Ich meine Bilder die von den Wänden fallen So was hatten wir echt schon Zu Hauf Ne Ist jetzt nichts besonderes mehr Okay Wir sollen den Schuppen Erkunden Ähm Wir hatten eine Karte Schuppen Ah Sieh mal da Er ist in der Nähe des Haupttores Mhm Okay Ja ganz gut gemacht Eigentlich Das müsste er dann sein Mhm Ja Oh 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 je Frisch ist was anderes Ne Was soll denn das für ein Tier sein Ekelhaft Ah was haben wir denn da Ah Ein Bolt Cutter Ein alter Bolzenschneiser Dieser Bolzenschneider Schneider Hat sicherlich schon bessere Tage gesehen In seinem aktuellen Zustand Wird er wohl sofort auseinanderfallen Wenn er an etwas Robustem verwendet wird Okay Wie robust ist denn wohl so ein Ähm Warum Wo kommen die denn jetzt her Okay Lass mich mal durch Leute Leute ich muss durch Ich bin Arzt Okay Gut Sollen wir damit Ich weiß jetzt nicht Ob wir mit diesem Äh Gibt es hier noch was zu lesen Hier habe ich gar nicht geguckt Ich habe nur diesen scheiß Bolzenschneider Äh Im Auge gehabt Gibt es hier noch irgendwas zu lesen Zu entdecken Ich überlege gerade Da war auch dieser Brunnen Der allerdings mit einer Kette verschlossen war Mich würde ja Dringlichst mal interessieren Und irgendwo anders gab es auch noch eine Kette Äh Wo war das denn noch mal Hier war dieses Grab Mit dem Glöckchen Der war auf dem Friedhof Da war eine Kette Aber es gab noch woanders Ähm Eine Stelle Wo man Ähm Bolzenschneider für brauchte Aber ich versuche es jetzt erstmal Deinen Brunnen Das muss hier irgendwo gewesen sein Da war diese Kultstätte Ich bin mir aber Sicher dass das Spiel So nicht gedacht hat Und wir eigentlich Ähm Das Schloss durchknacken sollen Ja Obwohl Mit dem Bolzenschneider kann ich die Drähte kaum durchtrennen Ich muss mir ein präziseres Werkzeug suchen Ja okay Okay Dann äh Es gab irgendein Tor wo wir das Wo wir das nutzen könnten Ich bin mir sicher wir müssen den Bolzenschneider Ausschließlich an dem Schloss benutzen Vor dieser kleinen Tür Und das Ganze ungetiefer hinkrabbelt Ähm Und für die anderen Sachen gibt es dann ein präziseres Werkzeug Das finde ich immer so schade Dass quasi So weit nicht mitgedacht wird Dass man das hier auch machen könnte Aber naja Gleich geschafft So Das ist bestimmt voll gut So mit dem Kreuzen Diesen Dingern Den Kratzspuren Dem Ungeziefer Was hier so in die Richtung Äh Krabbelt Ist bestimmt super Klack Ja Na immerhin Wir haben unser Ziel erreicht Und kommen in den hinteren Teil des Hauses Was liegt da Mit blutiger Finger 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 Mit PF Alles klar Ja Ja es ist Es ist wirklich ein Finger Es ist ein Ein fucking Finger Wer hat denn hier seinen Finger Ver Wer hat denn hier seinen Finger verloren Müsste hier nicht auch dieses Loch sein Wo man durchgucken kann Es ist ein Schlafzimmer Voll mit Püppis Und Müll Ah Ich finde den Code für die Schmuckschatulle Tolle Bürste Ich schätze Da ist der Ring drin Den wir brauchen Und was ist das Ah Da ist der Ring Den wir brauchen Oh hi Ich finde die Ehering Um die Kellertür zu öffnen Okay Wir sind nicht allein in diesem Haus Wir können den Code Ich hätte mir aufschreiben sollen So Gibt es hier noch was zu lesen Mal knallen Diese Fenster zu Ja Das hatten wir schon Okay Hat die Brau zwei Finger verloren Oder das war der Finger des Bräutigams Wer weiß Ich bin mir sicher Ich bin mir sicher Dass wir da vielleicht was zu lesen finden Ich werde mal diesen Code ausprobieren Den ich mir aber leider Nicht gemerkt habe 5, 8 Ich fotografiere das einfach mal eben ab Nur um sicher zu gehen Dass ich dann auch direkt die anderen Zahlen da habe Das erinnert mich ein bisschen an Conjuring House Nur halt im Besser So Dann probieren wir mal hier unser Glück aus AD drehen Ausrüstung ändern Okay Alles klar Wie war der erste Code? Jetzt noch wieder die Die Foto-App gehen Ist okay 8, 5, 3 Vielleicht Okay 8 5 3 Das war's nicht 3, 5, 8 Ah Okay Einfach in die andere Richtung Äh Aber warum kriege ich das nicht auf? Brauche ich noch einen Schlüssel dazu? Oh Ich brauche noch zusätzlich einen Schlüssel Das ist ja schade Brauche ich wirklich einen Schlüssel? Ja Es ist ein Schloss drin Okay Ich brauche einen Schatullenschlüssel Aber den Code haben wir schon mal gelöst Und wir haben glaube ich auch ein Save Game da Ne? Dann setzen wir erst die Eheringe ein Jetzt müssen wir kurz überlegen War das hier? Hier ist auf jeden Fall auch eine abgeschlossene Tür Ne, dann war das der andere Bereich In den Keller Okay 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 Finde den Schlüssel für die Schmuckschatulle. Ei, 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 ei. Fackeln im Keller. Und Kerzen. Das wird so richtig romantisch hier. Der Weinkeller. Ich suche noch Lecker Collectibles. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, hm. Was soll das sein? Ein Stein? In der Mitte von etwas? Vielleicht ein Stein, der als eine Art Schlüssel funktioniert? Aha. Ich habe eine neue Notiz gefunden. Notiz von Edward. Dimensionsgerät. Dieses Gerät. Das geniale Ergebnis der Verschmelzung von Kristallen birgt eine geheimnisvolle Kraft in sich. Wird behutsam ein Kreuz darauf platziert, kommt es zu einer unheimlichen Verwandlung. Will man Dimensionen durchqueren, muss man auf Unbekanntes gefasst sein. Denn jenseits dieser Welt erwachen seltsame Dinge zum Leben. Okay. Hm. Hallöchen. Kann ich die Fackel anzünden? Kann ich nicht. Was für Weine haben sie denn hier? Ach, der Pokal ist bestimmt hier. Collectible. Können wir jetzt auch... Warte mal, wo konnten wir das denn nochmal sehen? Ich glaube hier. Genau. Wie lange? Kerzen. 14 von 30. 6 von 19. Sterbenbogen. 4 von 6 Goldtotems. 4 von 20 Seiten. 4 von 10 Sammelobjekten. Statistisch gesehen müssen wir das Spiel also so zu 40% durchhaben, wenn das gleichmäßig verteilt ist. 4 von 10 Sammelobjekten. 4 von 10 Sammelobjekten. 4 von 10 Sammelobjekten. Ist das ne... Oha. Oha. Da steht was, aber ich kann es nicht lesen. Oh, Entschuldigung. Das... Kommt das irgendwie... runter? Sieht das nach Falle aus? Ist doch kein normaler Keller hier. Für die meisten Leute. Ah. Da ist dieses Kreuz. Da müssen wir wahrscheinlich den Stein einsetzen, ne? Oh. Hallo? Ah. Die Drahtschere. Ein alter Seitenschneider, der wohl noch ein paar Drähte durchschneiden kann. Ich mach schon mal Kerze an. Hm. Okay, ich finde Informationen über Mechanismus, find den Schlüssel für die Schmuckschatulle. Aber mit dem Bolt Cutter können wir jetzt in andere Bereiche kommen. Unter anderem mit den Brunnen. Ich weiß, es gab auch noch einen zweiten. Kann ich mal auf die Karte gucken. Haus der Andersons, Altar, Geheimblick, Schuppen, Haupttor. Ach, wir kommen durchs... Genau. Das Haupttor war, glaube ich, mit so einem Draht verschlossen. Also von den Horror-Events ziemlich random. Ziemlich normal, aber gut platziert. Find ich. Bisher. Ah. Ja. Okay. Also... Nachdenken muss man nicht viel bei dem Spiel. Sogar ein akustisches Signal. Oder nicht. Oh, schon wieder gelbte. Jetzt fängt's schon wieder an zu regnen. Nein. Warte, ich hab doch hier... Das da. Zack. Kommen wir mich hier ordentlich durch. So. Zur Kirche. Zur Kirche. Zur Kirche. Brunnen ist eingezeichnet. Altar, Haus der Andersons. Wo ist die scheiß Kirche? Oh, ich dachte, das Fass rollt. Ich geh mal zurück. Ich geh mal zurück. Ich such die Kirche. Bevor ich zum Brunnen gehe. Da war das Haus der Andersons. Ne? Da sind wir doch. Anscheinend können wir noch... Da ist die Kirche. Da, also... Ich kann's nicht zeigen. Aber da unten halt. Unten, Mitte in der Karte. Unten, mitten in der Karte. Ja gut. Wir müssen erstmal zur Brunnen. Achso, ich muss mich wieder wegwischen. Hat schon wieder aufgehört zu regnen. Das ist aber auch ein Wechselwetter. Ist ja wie bei uns gerade. Wie im echten Leben, du. So, ich glaube, hier kam man zum Maisfeld. Ja, ist klar, Bro. Was war das denn? Ah, der ist zum Altar gegangen. Ich muss da was reinlegen. Irgendwann. Aber wir sollen ja erstmal... Äh... In den Brunnen gehen. So, mal sehen. Okay, wo ist mein Bolt Cutter da? Zack. Zack, zack, zack. Und jetzt kann man das zur Seite schieben. Und, äh... Hinunter. Ich geh, ich geh. Aber auch hier wurde schon Licht für uns angemacht. Ah, ich muss mal irgendwas trinken. So, weiter geht's. Da liegt einfach mal so ein Tor so rum. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Ist ja ein Horrorspiel. Oh ne, Labyrinth jetzt auch noch. Ah, das ist Kreuz. Jetzt sag nicht, das ist das, was wir schon brauchen. Tatsächlich. Ich habe dieses seltsame Kreuz im Brunnen in der Nähe der Maisfelder gefunden. Es wirkt so, als hätte jemand es absichtlich platziert. Aber warum? Warum nur? Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch hier mal gucken. Ah, stopp, nicht rennen vielleicht. Huh. Hallo? Wer schleichet hier rum? Bei Nacht und Nebel. Ah, da ist der Kopf, der zum Tor so gehört. Na gut. Ach, hier sind ganz viele. Das ist so eine Art, äh... Wie heißt das? Krypta? Keine Ahnung. Gibt's noch irgendwas anderes hier? Das ist ja in der Tat ziemlich, ziemlich straightforward soweit. Man weiß genau, was man tun muss. Außer, äh, ich am Anfang, als ich diesen scheiß Durchgang nicht gefunden habe. Ja, so ist das. So. Dann nehmen wir wieder den Geheimweg. Und wir wissen ja, dass die Taschenlampe nicht mehr funktioniert, wenn wir das Kreuz drehen. Da wurden wir ja schon gespoilert hier von der... Hier, ne? Keine andere scheint noch zu funktionieren. Na gut. Ach, das Fahrrad. Ich bin weg. Komm. Ne. Wir müssen noch ein bisschen mit dem Fahrrad... Äh, mit dem... Nicht Fahrrad. Mit dem Radio spielen. Okay. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Es ist immer dasselbe eigentlich. Es ist eigentlich immer dasselbe. Aber, wenn wir hier gucken... Wischet ihr 13 Mal die Brille ab. 3 von... Äh, 8 von 13. Wir müssen noch ein paar Mal machen. Versuche fünf Mal eine versperrte Tür zu öffnen. Zwei von fünf haben wir doch eher gemacht. Höre mehr als zwei Minuten das Radio. 33 von 120. Wir müssen es jetzt also noch ein bisschen... Wir müssen first achieve und müssen wir jetzt leider noch ein bisschen am Rad drehen. Ich meine, ich finde es ja gut, dass wir Hinweise kriegen, was wir tun müssen. Das scheint übrigens Procession zu sein. Weil eigentlich hatte ich ja schon... Eigentlich... Eigentlich hatte ich ja schon mit dem Radio interagiert, soweit, ne? Komme ich hier eigentlich auch Erskate? Ne, da komme ich nicht raus. So, jetzt haben wir nämlich 62 von 120. Wir müssen noch... Noch eine Minute mehr. Eine Minute müssen wir uns jetzt leider hier irgendwie beschäftigen. Damit ich dieses verdammte Achievement kriege. Und dann müssen wir noch ein paar Mal an Türen rütteln und ein paar Mal die Brille wegwischen. Ich weiß nur nicht, wo wir das machen können. Draußen wahrscheinlich. Ja, machen wir ein bisschen. Ich frage mich, was diese... Also ich verstehe immer down the hole. Das Loch runter. 113, noch 7 Sekunden. So, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir es doch. Guter Zuhörer. Sehr schön. Das reicht dann auch. So, jetzt müssen wir noch ein paar verschlossene Türen rütteln. Geht das jetzt hoch? Ne, jetzt 2 von 5. 2 von 5. Das gilt nicht. 2 von 5. Es geht nicht hoch. Brille. 8 von 10. Sammelobjekte. Tagebuchseiten. Goldtotems. Ja, vielleicht wird es doch hochgezählt. Keine Ahnung. So, was müssen wir jetzt tun? Ach ja. Ah, ich erinnere mich wieder. Das Kreuz einsetzen. Was haben wir sonst noch so? Finde den Schnüttel für die Schmuckschatulle. Oh. Püppi. Oh. Oh, hallo. Ah. Ah, okay. Jetzt haben wir es 5 Mal geschafft. Ah, sehr gut. Aber einen Moment. Oh. Was ist denn da? Da ist ja auch noch was. Wie kommen wir denn da hin? Eine Maske ist da. Was muss ich denn jetzt hier tun? Ich komme ja nicht da raus. Wie tue ich die hier her? Kann ich das irgendwie schieben? Oh. Okay. Ah. Ja, wir kommen da. Irgendwie müssen wir da auch noch hinkommen. Na gut. Wenigstens haben wir so das Achievement bekommen. Dann muss ich mir jetzt noch... ...nur noch zweimal die Brille abwischen. Das kriegen wir aber bestimmt auch noch hin, ne? Aber die ganzen Sammelobjekte noch finden, ey. Keh, keh, keh. Wo könnten die sein? Wo könnten die sein? Ich setze erstmal das Kreuz ein. Wer weiß, was wir hier so freisetzen, ey. Ach, was soll's? So, wo ist das Kreuz da? Zack. Drehen. Wir kiebt nicht zur Eingangstür. Tja, das ist ja ein Ding. Aber damit geht's. Kann ich denn jetzt da durch? Ja. Ich soll zur Eingangstür. Hä? Hier ist aber einiges jetzt anders, oder? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Oh. Ja, so fühle ich mich auch manchmal, weißt du? Äh, okay. Da. Wir kommen jetzt wahrscheinlich in einen anderen Bereich des Hauses. Das ist eine andere Dimension. Oh, bei Whistlers Mutter sind wir jetzt. Da kommen wir aber nicht durch. Was zum Teufel ist denn das hier für ne Scheiße? Ja, halt dich gut fest, Mädel. Es gibt nur diesen einen Weg. Ich hoffe, hier ist auf. Aber jetzt ist hier auf. Okay. Püpi. Ja. Kann man jetzt noch was anderes hier entdecken? Da ist auch einfach zu. Es muss eine andere Dimension sein. Ach nee, hier. Hier war doch eigentlich der Keller, oder? Oh, der Schrank ist jetzt zur Seite. Ich begebe mich nicht zur Tür. Ich... Oh, hier ist eine schöne Wendeltreppe. Schön, schön. Wie viele Kerzen muss ich noch anmachen? Das ist 30. Okay. Aha. Oh, hier. Ist das ne... Oh! Ah, okay. Das hält nicht lange. Wahrscheinlich oben irgendwo. Das spielt von alleine. Das spielt von alleine. Schade. Hier gibt's noch ne Leiter. Ich vermute mal... Ich dreh's mal nochmal um. Dass wir oben dann irgendwo reinkommen müssen. Da müssen wir ein Bild einsetzen. Ah, diese Tür. Ah, verstehe. Okay. Findet den Schlüssel für die Schatulle. Findet das fehlende Gemälde. Ich will mich natürlich erst hier umgucken. Ich wusste, dass das so ein Zeiträtsel wird. Was knatscht hier denn so? Nichts zu lesen. Und auch sonst nichts, ne? Und hier hinten gibt's dann sonst auch nichts mehr. Kamen wir denn da zur Haupttür? Wahrscheinlich nicht, ne? Da hinten ist auch zu. Der ist schon vorne. Und auch hier kommt man hoch. Blarkt. Oh, da rennen... Da rennen Wesen draußen rum. Ah, hier. Guck mal, noch eine. Goldene Totems. Fünf von sechs. Fast alle gefunden. Okay, ich vermute, wir müssen oben in das Haus, weil wir da wahrscheinlich nicht raus können. Wir haben die Dämonen freigelassen. Was ist denn? Okay. Was ist hier denn? Ah, guck mal, so ein Teil... So ein Teil... Äh... 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 So mitnehmen. Ein Sammelobjekt. Das hab ich gesucht. Das ist ja echt ne wilde Verrohrung hier. Da ist der Sammelobjekt. Wie kommen wir denn da hin? Wo sind wir? Das ist auch im Schlafzimmer. Ein Brief. Tagebuch von Edward. Schuld für Elisabeths Krankheit. Ich fürchte das Unheil, das ich über uns gebracht habe, da Elisabeths Krankheit eine direkte Folge meiner Experimente war. Ich, ein Wissenschaftler, bete zum ersten Mal in meinem Leben für etwas, das ich nicht zu beeinflussen vermag. Ich ersaufe in Schuld und Verzweiflung, würde alles tun, um meine Liebste zu retten. Ich muss einen Weg finden, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, bevor es zu spät ist. Okay, wo finden wir denn wohl das Bild? Oh, es gibt Fernseher. Wow. Hm. Da ist die gehörnte Lady. Ja, sie hat ja so Hörner. Interessant. Notizbuchseite gefunden. Notizen von Edward, Dämonenhorn-Implantat. Ich entdeckte in der Abgrunddimension das Buch der Katastrophe. In ihm fand ich das Heilmittel für Elisabeths Krankheit. Die Implantation eines Dämonenhorns. Der Preis für den Umgang mit dunkler Magie ist hoch, doch ich fürchte, was mich dafür erwartet. Dennoch bin ich bereit, für eine Chance auf Rettung meiner geliebten Elisabeth alles aufs Spiel zu setzen. Haben wir irgendwas Neues? Und wir sind immer noch im Rhodes-Haus. Haben wir einen neuen Stammburm-Eintrag? Elisabeth Rhodes. Ah ja, und Nihil. Nihil Baxter. Nihil Elizabeth. Sie ist also das gehörnte Geister... Mädchen, ich hätte es fast gesagt. Ja, Geisterfrau, die hier so rumrennt. Mhm. Sie wurde zu Elis... Also Elisabeth... Rhodes wurde zu Nihil Elisabeth. Und das sind die Eltern... Weil sie ist die Mutter von Harry Rhodes. Also, da ich George bin, meine Großmutter. Na gut. So, lag auf dem Bett noch was rum. Im Schrank da hinten kommen wir ja eh nicht hin. Irgendwas hier... Oh, tschack! Hier unten versteckt er sich also. Hat auch Angst, ne? Ach, Tür Nummer 2! Tür Nummer 2! Ach, es sind nur Pippis. Pippis, die gerne zugucken wollen. Natürlich, was auch so... Wo gibt es denn das, äh... Otschi, das... Diese Figur... Warte mal, wir sind... Wo sind wir rausgekommen? Das muss irgendwo da hinten sein. Irgendwo da hinten. Dahinter. Vielleicht geht es hier rum. Hier ist auf jeden Fall dieser Code gewesen. Okay. Vielleicht finden wir hier irgendwo auch den Schlüssel für die, äh... Für die Schatulle. Das wäre doch mal was. Kein neuer Eintrag. Aber eine neue Kerze. Oh! Der Stuhl schon wieder. Das ist irgendwie auch so ein Running-Gag, ne? Dieser Random-Stuhl, der hier einfach so durchs Haus schwebt. Okay. Natürlich ist Nummer 3, Tür Nummer 3 zu. Wie konnte es auch anders sein? Wer kennt es nicht? Uhren die um Viertel... Ah gut, Viertel vor. Der müsste aber eigentlich dreimal bimmeln, oder? Whatever. Okay, haben wir hier noch hier immer noch Kerzen. Wie viele habe ich jetzt angezündet? 20 von 30. Das Haus ist noch groß. Und Tür Nummer 4. Finde den Schlüssel zu Zimmer 4. Natürlich. Ah, warte. Hier... Nee, das haben wir auch gesehen. Hier sind wir durch... Sind wir hier durchgekrochen? Hier sind zumindest diese Rohre. Aber nicht nur Zimmer 4, auch Zimmer 3 brauchen wir doch, oder? Oder wir kommen aus Zimmer 3 raus. So, ich muss mir noch mal die Augen wischen. Und damit haben wir 8 von 13 Mal gewischt. Oh, hallo. Und noch ein Kerzchen. Ich dachte, da ist ein Schlüssel. Gott, dieses Haus ist so verwinkelt. Und da geht es dann wieder noch mehr, irgendwie. Hm. Gibt es denn hier noch was? Da ist Zimmer Nummer 5. So. Wie war das jetzt? Da hinten? Ach so, da ging es nicht weiter. Hier haben wir die Kerze angezündet. Alles klar. Alles gut. Und noch mal wischen. Ach, nee. Zimmer Nummer 3. Und was ist das? Zimmer Nummer 4. Okay. Das war jetzt easy. Oh, guck mal. Da oben ist der Dachboden. Interessant. Da stehen die Püppis vor der Tür. So, wo bin ich denn Schlüssel? Hier ist der. Ah, ja. Wie komme ich denn aus dieser Dimension wieder raus hier? Ich muss das Kreuz vermutlich wieder drehen. Ach, guck mal. Das ist hier der Opa. Anderen Grades. Das müsste hier der hier sein. William Anderson, oder? Mit seiner Frau Dorothy. Sind die das? Und die haben ein Mädchen. Dann ist das... Ecylian Roads. Also meine Mutter. Da das Baby. Das ist aber geil gemacht, ey. Okay. Was? Achso, hier geht's weiter. Ja. Okay. Er sieht mich, aber... Ja, er ignoriert mich. Ach, Brief. Ah, das... Nee, das Bildstück. Ein fehlendes Bildstück. Ich soll da durchgucken. Ich soll da durchgucken. Bewege dich im Hocker, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Ich muss das Bild einsetzen. Lass mich raten. Die Scherben holen sie... ...hier hin. Das ist ja jetzt blöd. Ah, ja. Edward Rhodes und... Oder waren die das? Sie geht rechts rum. Ich muss aber... Du solltest sie nicht stören und leise voranschreiten. Wo ging er? 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 Ja, ist doch, hat er jetzt gut funktioniert. Aber ich brauche dieses Teil noch. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ach, guck mal. Okay. Reicht mir. Ein kleiner Schlüssel. Für die Schatulle. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die Schatulle war. Wo war die Schatulle? Oben. Oben. Auf der anderen Seite. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt herkommen. Was ist das? Wieso komme ich da nicht durch? Ach, nöööööö. Duh! Komm ich denn da durch? Das ist also sehr doof. Where did he go now? Kommt auch nicht durch. Sie rennt jetzt wirklich da unten rum. Also das war der falsche Weg. Wie kommen wir in das Schlafzimmer zurück? Oder können wir das Kreuz wieder drehen? Ich wüsste jetzt nicht, wie wir da wieder zurückkommen. Vielleicht jetzt unten rum. Warte mal. Das wollte ich gar nicht. Der Schlüssel für eine Schatolle. Oh, guck mal. Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwo hin. Where did he go? Where did he go? Where did he go? Where did he go? Get out of the house! Da ist ja immer noch zu. Das heißt, wir können nur wieder zurück. Da steht Püppi. Oh. Where did he go? Da können wir doch. Da kommen wir nicht her. Da sollten wir eigentlich nicht her dürfen. Da sind wir nicht her. 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 Ist sie weg? Okay, können wir jetzt da lang oder hier lang? Müssen wir sie verfolgen? Wir müssen auf jeden Fall oben ins Schlafzimmer. Fuck, 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 warum? Stirb zum ersten Mal. Aber warum? Wo kam die jetzt her? Okay, ich finde ein Gemäldestück. Die Schmuckschatulle. Können wir nicht daher? Okay. Okay. Die haben uns erfolgreich versteckt. Wenn sie da links ist, dann müssen wir vorbei. Und dann da hinten rein. Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Oh Gott, 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 oh Gott. So, ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Wir müssen irgendwie wieder nach oben. Oder wir gehen in den Keller, drehen das Kreuz wieder, guck mal, automatisch speichern. Das könnte richtig sein. Und sind wieder in der richtigen Dimension und können dann den Schlüssel anwenden. Ah ja, finde den Weg zurück in die Dimension. Am Grunde des Kaninchenbaus, Risse in der Realität. Und jetzt können wir die scheiß Schatulle öffnen. Genau das ist auch beim letzten Mal passiert, als wir hier durch, äh... Warte mal, ich kann doch bestimmt jetzt... ...die Taschenlampe benutzen, oder? Jetzt geht sie wieder. Also in der anderen Dimension... ...geht nur das Feuerzeug. Welcome home! Willkommen zu Hause! Alles klar. Alles klar. Dann wollen wir mal sehen. Was in dieser Schatulle ist. Ein Manuskript. Ach, das ist das mit diesem Stein. Okay. Wir brauchen zwei Diamanten aus einem Bullenkopf. Oder in einem Bullenkopf. Ah. Notiz von Edward. Kristall. In der Handfläche ruht er, sich nach einem festen Griff sehend. Eine Zeichnung offenbart das Abbild des ursprünglichen Kristalls. Einer urzeitlichen Masse entrissen, die vor Aonen in unserer Realität drang. Seine Herkunft und seine Überbringer sind immer noch in Geheimnisse gehüllt. Meisterhaft geformt für den perfekten Sitz. In eine der Augenhöhlen hungert dieser Kristall nach seinem Zwilling, um verborgene Geheimnisse zu lüften. Halte fest, denn seine Kraft wird das Unsichtbare offenbaren. Okay. Wenn du den Kristall ausgerüstet hast, halte rechts gedrückt und lasse dann los, um ihn zu aktivieren. Ah ja. Ein neuer Schlüssel. Der Kristall enthüllt interdimensionale Gegenstände, die verwendet oder gesammelt werden können. Nummer 3. Das scheint der Schlüssel zu Zimmer 3 zu sein. Interessant. Und wie kommen wir in Zimmer Nummer 3 jetzt? Muss ich jetzt wieder drehen? Uh. Sie ist irgendwie auch hier, wo? Sie hat die Tür zugemacht. Wir kommen da nicht mehr raus. Es muss einen anderen Weg geben. Oder ist das Tür Nummer 3? Das könnte natürlich sein. Es ist so. Es ist Tür Nummer 3. Oh, hier sind die Blu... Oh! Die blutigen Fußspuren führen wohin? zur Schatulle mit dem Finger. Ja, natürlich. Ich hätte es mir denken können. Und wir sind im Flur. sehr vorsichtig. Oh, hier ist das. Das Aufladen der Kristalle kann noch weiter interdimensionale Wesen anlocken. Okay. Okay, suche mit dem Kristall nach interdimensionalen Gegenständen. Oh ne, jetzt geht es schon wieder los. Okay, ich würde sagen, ich hatte gerade einen Safe Point. Moment, deswegen machen wir hier den Break. Ich habe schon etwas überzogen. In der nächsten Folge suchen wir weitere interdimensionale Gegenstände. Und beantworten wir vielleicht die Frage, wohin wir gegangen sind. Die Frage, die sich die Dame des Hauses hier immer stellt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück zu Lunessi's and Rose. Und in der letzten Folge haben wir diesen tollen Kristall bekommen, womit wir interdimensionale Objekte erforschen können. Aber sie locken wohl... Aber sie locken wohl auch Kreaturen an. So. Und die Einhorn-Uschi, die rennt jetzt auch immer noch hier rum. Das ist natürlich blöd. Und ich weiß jetzt aber auch nicht, in welche Richtung ich muss. Sie ist zumindest in die Richtung gegangen. Tür Nummer 4. Hatten wir da schon einen Schlüssel für? Ja, hatten wir schon. Ah, das war ja ihr Raum. Genau, wo eigentlich... Wo wir das erste Mal sie gesehen haben. Okay, wir versuchen mal... ...versuchen mal hier was zu finden. Okay, in diesem Raum scheint nichts zu sein. Vielleicht in die Richtung. Hier ist ja nur Flur. In welchen Raum müssten wir nur hier oben? Würden wir aber, glaube ich, ohne weiteres nicht hinkommen. Und da ist Raum Nummer 5. Ach, hier gibt es nichts. Oh! Ja, hier wurden ja scheinbar irgendwelche Experimente durchgeführt. Um die Frau wieder... ...von ihrer Krankheit zu befreien. Oh. Okay, machen wir mal hier. Hier wird es so gelb irgendwie. Ach da, was ist das? Augen! Nehmen. Sorgfältig entfernte Augäpfel. Diese Augäpfel wurden mit chirurgischer Präzision entfernt. Und in einem Einbalsamierungsmittel aufbewahrt. Okay. Suche mit dem Kristall jetzt nach interdimensionalen Gegenständen. Mal sehen. Ich muss immer noch, äh... Kann ich mir jetzt immer noch die Brille wegwischen? Ne, kann ich nicht. Oh, warte mal. Hier kann ich noch gucken. Alles voller Blut. Notiz aktualisiert. Äh, Geflüster über alle Dimensionen hinweg. Elizabeth Rhodes Operation. Ich bin völlig entsetzt von der teuflischen Operation, die Elizabeth Rhodes über sich hat ergehen lassen. In einem Kopf rattert es... In meinem Kopf rattert es voller Fragen und Angst. Ich kann mir kaum vorstellen, welchen Schmerz und welches Leid mit Großmutter bei dieser abscheulichen Operation ertragen musste. Der bloße Gedanke erfüllt mich mit tiefster Furcht. Gut. Versuchen wir mal die nächsten Räume. Vielleicht finden wir ja dieses, äh, Collectible noch, was hier irgendwo rum lag. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Oh, hier gibt es noch diese Zwischenräume. Warte mal. Ja, hallo. Stimmt, da habe ich die Kerze angemacht. Irgendwas war hier sehr, sehr merkwürdig mit diesen Zwischenräumen. Da vorne auch noch. Da hinten kommen wir nicht hin. Da hinten sind auch Kerzen. Ich... Es ist jetzt schwierig für mich zu finden, welche... In welchem Bereich, welche Dimensionen, äh... Also, welche Dimension... In welchem Bereich wir schon waren, in welcher Dimension. So. Ah, hier ist definitiv zu. Hier steht aber was vor. Überall hängen diese Ketten rum. Gut, gut. Äh, gehen wir weiter. Sechs und sieben. Suchen wir den Kristall. Finden den Schlüssel zu Zimmer. Sieben. Ah. Okay, das scheint hier aber ein neuer Bereich zu sein. Also, mir kommt das jetzt erstmal... Nicht bekannt vor. Da haben wir wieder ein Kerzlein. Ist derselbe Tisch. Liegt derselbe Kram drauf wie da hinten bei dem Tisch. Und, äh, warte mal. Wie viel... Wie viel Kerzen haben wir? Goldtotems brauchen wir noch eins. Stammbäume brauchen wir auch noch einiges. 24 von 30 Kerzen. Also, es gibt noch ein paar Kerzen hier. Okay. Ich schätze mal immer, wenn wir was finden können, dann finden wir das. Denn, dann wird's wieder so grünlich. Da ist nochmal vier. Okay. Hier ist so eine Art Muster drauf. Ah, so muss es aussehen, ne? Und da ist zu. Na, mal sehen. Oh, ich bin wieder ganz schlecht in sowas. Das hilft mir auch nicht wirklich weiter, glaube ich. Ach so, weil da die Einzelteile wieder sind. Oh Gott. Okay, das geht schon mal zurück. Ich guck da später. Ich guck erst mal, was hier ist. Ich hab da jetzt keinen Nerv zu. Oh, ich muss da Nerv zu haben. Was ist denn da drin? Mal durchgucken. Guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Hm, hier gibt's nichts. Oh, doch, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite gibt's mehr. Alles klar. Also, mh, was haben wir denn da? Ist das wirklich das, was wir da abbilden müssen? So viele Kreise sind da doch gar nicht. Gibt's irgendeinen Hinweis, wie das sein soll? Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, so vielleicht. Dass diese Dinge alle so runtergucken. Oh, verdammt. Das ist, die Steuerung ist auch ein bisschen verwirrend. Also hier ist ja so ein Halbkreis. So, stopp. Moment. Äh, wenn wir den mal versuchen, hier in die Mitte zu kriegen. Und dann unten mal drehen, dass wir das Ding ver... Das passt aber auch nicht, oder? Ah, das passt. Ah, alles klar. Also das würde da dran passen. Das passt da dran. Wie sieht's dann oben aus? So vielleicht? Dann links. Ich denke, es muss schon irgendwie mit diesen... diesen Kreisen übereinstimmen. Also so irgendwie... Ja, das passt auch nicht. Hä? Ich hab keine andere Wahl. Ich guck nochmal in den anderen Räumen. Glaubst du hier noch irgendeinen Hinweis gibt? Diese Art von Rätsel hasse ich wirklich. Wenn ich da jetzt zu lange für brauche, dann schneide ich das einfach raus. Weil das ist... Ich brauch da immer sehr lange für... Und das tut mir auch wirklich, wirklich, wirklich leid. Also für Zimmer 7 brauchen wir einen Schlüssel. In 6 können wir nicht rein. Kommen wir dann wieder hier runter? Hier haben wir noch Zimmer 2. Ach, guck mal. Hier war ich noch gar nicht drin. Doch, hier war ich drin. Hier ist der Fernsehroom. Hier ist aber auch nichts... Nichts Neues, ne? Und hier ist jetzt zu. Da sind wir durchgekrochen. Ursprünglich. Und da haben wir durchgeguckt und haben dieses Ding gesehen. Okay, wir müssen... Oh, hakt. Zimmer 3 ist das... Zimmer 4 wurden wir jetzt wieder rausgeschmissen. Da waren wir aber auch schon. Ja, bleibt nur dieses Rätsel, ne? Da geht's auch nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Wir können nur da hinten raus. Die einzige Möglichkeit jetzt... Irgendwie rauszukommen. Hier haben wir die Augen gefunden. Da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Wir müssen dieses Rätsel lesen. Das Problem ist, das besteht aus so vielen Teilen. Jedes Ding, was man dreht, führt dann halt wieder erneut zu einem Problem. Aber ich würde mal sagen, diese Löcher müssen schon in die Richtung zeigen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall da rechts so ein Loch. Aber haben wir denn so viele Löcher überhaupt? Oder Punkte oder was? Muss das wirklich diese Form ergeben? Diese Wölkchen mit dem Punkt? Das obere muss da unten hin. Also das müssen wir irgendwie nach da transportieren, oder? Ist da verkehrt rum? Ach, scheiß drauf. Also ich hab grad ein Video geguckt. Ich hab die Lösung versucht, aber anscheinend ist das random. Aber ich vermute, es hat hier rechts damit zu tun, dass quasi gesagt wird, auf welcher Stelle im Controller man drücken soll. Wenn wir von oben nach unten durchgehen, dann würde ich sagen, unten, oben, links, unten, oben, rechts, links, links, rechts. Ja, also so einfach ist es im Prinzip. Es hat nichts mit irgendwelchen Löchern oder sonst was zu tun, sondern dieses Kreuz soll einen Controller darstellen und der Punkt ist da, wo man drücken soll. Ja. Okay. Gut. Ich hasse solche Rätsel. Die fördern auch meiner Meinung nach nicht den Spielspaß. Sondern sind eher frustrierend. Okay. Ah, ein Schlüssel. Für Nummer 7. Und hier gibt's anscheinend auch was. Ja, nicht. Hier gibt's was zu lesen. Laborbericht von Edward Blutzellen. Achso. Eins, gewöhnliche menschliche Blutzellen. Zwei, Elisabeths Blut. Drei, mein Blut. Mein Blut unterscheidet sich sehr von den anderen. Mhm. Hier liegen einfach so Leichenteile rum. Okay. Hier gibt's auch noch was. Eine Blutprobe. Eine Blutprobe vom OP-Tisch. Ich bin sicher, dass sie von meiner Großmutter Elisabeth Rhodes stammt. Okay. Oh, vielleicht müssen wir damit was opfern. Aufs... Auf den Opferaltar. Gut. Äh, gibt's sonst noch irgendwas hier irgendwo? Aber viel weiter geht's hier auch nicht, ne? Oh, Fernseher. Wenigstens, äh, wurde man hier unterhalten beim Leichenschnippeln. Na gut. Wir haben Schlüssel... Schlüsselzimmer 7. Zum Zimmer 7. Gab's da noch mehr? Warte mal. Zwei Sachen... blinken da doch... Ich glaube, mehr... Mehr gab's da auch nicht. Ne, sonst leuchtet es nicht mehr. Alles klar. Zimmer 7. Wenn dein Haus so groß ist, dass du deine Türen durchnummerieren musst. Ach, da ist dieser Schädel. Ja, man muss ja irgendwie Kristalle in den Schädel einsetzen, ne? Yes. Komm mal irgendwie hoch. Ein Brief. Notizen von Edward. Geschichte des Kristalls. Dieses uralte Artefakt, bekannt als der Schlüssel, Enthüller oder auch Xaunth, stammt aus heidnischen Begräbnisritualen und ermöglicht dem Besitzer das Reisen zwischen Welten. Es bedarf jedoch einer richtigen Ausbildung, um seine Auswirkungen zu kontrollieren. Ich bin in meinem Antiquitätengeschäft in Wellsmith darauf gestoßen. Es handelt sich dabei um einen metallischen Schädel mit zwei Kristallen, die ein schwaches elektrisches Feld erzeugen. Gemäß einer lateinischen Übersetzung eines Buches, das vor Jahrhunderten von Halit bin Humar verfasst wurde, stammen die Kristalle hauptsächlich aus Quarz und können durch Konzentration verstärkt werden, was zu einem intensiven Prickeln führt. Der metallene Schädel fungiert als Vermittler zwischen den Kristallen und dem Anwender. Und wer bist du schon wieder? 466. Aber schöner Teller. Ah, blockt. Okay. Es hat sich selbst freigelassen. Finde den zweiten Kristall für den Schädel. Suche einen Kristall nach interdimensionalen Gegenständen. Lade den Schädel auf, wenn du rechts gedrückt hast und loslässt, um versteckte Gegenstände sichtbar zu machen. Ach, immer noch dasselbe Prinzip. Oh, oh, ähm. Was war das? Leider kriegst du auf, wenn Schatten in der Seele sind, um sie ins Taumeln zu bringen. Oh, okay. Das ist ja doof. Aber wo muss ich jetzt hin? Mein Herz sieht auch nicht mehr so gut aus. So, wenn die Kristalle in der Gegenstände sind, finde den zweiten Kristall. Finde den zweiten Kristall. Ja, ihr seid ja witzig. Aber hier oben hat doch irgendwas geleuchtet. Nee, in diesem Raum gab es nichts. Okay. Jetzt rennt er in diesem Haus rum, ey. Ah, hier irgendwo. Da. Da innen. Ah, ich weiß wo. Kommen wir da dran? Ah, eine Leiter. Da sind wir auf dem Dachboden. Ah, verstehe, verstehe. Oh, ein Brief. Der liegt ja einfach so rum. Notizen von Harry. Als ich durch die Abgrunddimension reiste, stieß ich auf eine erschreckende Wahrheit. In den Notizen meines Vaters wurde sie nicht genannt. Diese schattenhaften Erscheinungen, die in der Dunkelheit lauerten. Doch was mich wirklich erschütterte, war, als eine Gruppe von ihnen meinen Namen rief, als ob sie mich kennen würden. Ihre geisterhaften Formen deuteten darauf hin, dass sie Wesen mit einem Bewusstsein waren, die in diesem Schreckensreich gefangen waren. Sehr freundlich auch. Sehr freundliche Familie. Harry. Harry, Harry, Harry. Der Vater. Ist das so? Wenn das Harry ist, ist das dann der Vater? Er sieht aber schon ein bisschen älter aus. Das ist einfach so geil. Wer könnte das sein? Ja, Edward und Elizabeth. Aber ich glaube, das waren... Dach da oben. Helen Rhodes und Samuel Rhodes. Jetzt habe ich sie. Warum erscheinen sie denn jetzt erst da drauf? Also die Eltern von... Die Urgroßeltern von George jetzt. Ist ganz interessant mit dem Stammbaum. Ist schon sehr einzigartig, glaube ich. Ich weiß jetzt, kein Spiel. Ja doch. What Reminds of Edith Finch. Da haben sie das so ähnlich gemacht. Ah, der andere Stein. Sehr schön. Das war ja einfach. Gut. Suche mit dem Schädel nach interdimensionalen Gegenständen. Immer noch, immer noch, immer noch. Hä? Was war da? Schauen wir mal. Hier ist jetzt aber nichts. Soweit. Ach, da unten ist was. Ah, ja. Okay. Oh, Telefon. Schon wieder. Ich muss erstmal hier raus. Rennen diese Wesen jetzt auch noch wieder hier rum? Ist das hier? Nee, es muss unten sein. Ich muss auf die andere Seite. Kann ich dann da durch? Ah, so kriegst du die Tür weg. Nee, ich muss auf die andere Seite. Ich hol mir jetzt erstmal das Teil hier. Ah. Okay. Ist ein anderes Telefon. Wo ist denn noch ein Telefon? Ich folge mal dem Klingeln. Hier. Na. Hallo? George, tell me. Ist es nicht so, dass es etwas ganz strange passiert ist? Es ist nicht so, dass es in der Stadt stattdessen ist, seit deinem Begriff? Was hast du genau gesagt? Ich dachte, ich war verrückt. Das ist verrückt. Ich muss sicher sein, dass wir auf der gleichen Seite sind. Ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Aber es scheint mir zu mir, dass wir in eine fleeting Vision sind. Eine Vision? Ich fühle mich, dass wir beide in eine gewaltige Beste von Konfusion und Angst haben. Ich habe gehört, die Geschichten. Die Geschichten, von Generation zu Generation. Mein Vater erzähl mir diese Geschichte. Aber ich habe ihn nie gehört. Bis jetzt. Wir treffen uns auf der Post Office. Und ich werde dir das machen. Das finde ich gut. Ich bin auf meinem Weg. Es gibt etwas... ... über Detective Millard. Ich glaube, er ist sogar ein Kampfer. Keine Ahnung, George. Ist ich deine Falle? Karte aktualisiert. Postamt. Okay. Wir müssen nur gucken, wie wir da durchkommen. Aber vielleicht mit unserem neuen Schädel hier. Oder wir haben hier auch noch den Kneifer. Hier können wir auch noch durch. Hier gibt es ja nichts anderes mehr, ne? Blocked. Gut, wir sind jetzt zum Postamt. Ich suche immer noch die restlichen Kerzen und so. Aber wir können natürlich noch mal unten gucken. Wo? Der soll mal schön da oben bleiben. Das Radio ist schon wieder. Habe ich das Bild schon? Hier ist noch eine Tür. Wo wir noch durch müssen. Blocked. Okay. Hier noch mal ein bisschen nach inter... äh inter... Ne, wir sollen aber nur zum Postamt. Also mehr scheint es hier dann... doch nicht mehr zu geben. Komm, gehen wir zum Postamt. Wir werden vielleicht noch andere Kerzen finden. Vielleicht im Postamt. So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt am besten da hin? Am besten durchs Haupttor. So. Ich dachte, ich hätte Schritte. Das sind meine eigenen. Haha. So, nochmal auf die Karte gucken. Wir sind da oben. Da ist ein Tor. Ah ja, okay. Wahrscheinlich können wir da das Ding durchschneiden. Oh! Oh, die kommen. Sie kommen, sie kommen. Das ist nämlich so ein bisschen dumm. Einerseits kann die Verwendung des Kristalls... Töte die Schattenwesen. Töte die Schattenwesen. ... Haben wir sie jetzt weg? Weil wir müssen nämlich hier durch... So. Da sind wir nämlich durch. Ach, da vorne war auch noch ein Tor gewesen. Weiter rechts. Ach, verdammt. Töte fünf Schattenwesen. Alles erledigt. Achso, da kommen wir überhaupt nicht durch. Das können wir aber auch wegmachen. Ah, ja. So kommen wir nämlich auch da durch. So sind wir nämlich da durchgekommen. Und kommen gut zum Postamt. Oh, okay. Ich möchte mich hier aber auch noch ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es hier noch Kerzen. Huch. Hier ist das Maisfeld wieder. Ah, mein Herz sieht wieder gut aus. Okay. Okay, also wirklich sterben wird man hier wahrscheinlich nicht. Von diesen Wesen. Oh, da ist was. Okay, nichts, das man irgendwie... ...lesen könnte. Wo bin ich denn jetzt da? Ich gehe schon Richtung Postamt. Okay, die Richtung stimmt schon mal. Machen wir das erst mal. Wir können uns hier noch relativ frei hier bewegen. Ich finde das jetzt mit diesen Wesen hier auch ein bisschen zu hektisch. Mich oben zu sehen. Was ist das? Nee, 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 nee. Wer weiß, ob das so gut ist, die zu töten. Das ist immer irgendwie ein Haus. Postamt muss doch ganz in der Nähe sein, verdammt. Das ist es sogar hier. Wie kommen wir denn da hin? Oh nein, Blut. Oh nein. Der Polizist. Tja. Abteilung für Ermittlungsfassern. Special Agent Roy Millard. Tja. Den hat's da hingerafft. Gibt's denn irgendwas? Dann war der wahrscheinlich hier, hat hier angerufen, ne? Da gibt's dann Radio. Ein Brief. Vertreibungsanweisungen. Ihre Nachrichten haben mich wochenlang beschäftigt und mir einige schlaflose Nächte bereitet. Trotz aller Schwierigkeiten habe ich mich auf das Studium alter Schriften über Okkultismus und Dämonologie konzentriert, um den besagten Dämonen aufzuspüren. Es ist mir gelungen, einen Ausweg zu finden. Doch es ist von größter Bedeutung, dass Sie meinen Anweisungen strikt und ohne Abweichungen folgen. Zunächst müssen Sie einen Trank aus folgenden Zutaten herstellen. Ein Stück eines Organs, ein Habischel, eine Blutprobe. Ich habe eine Blutprobe. Zermahlen und vermischen Sie diese Zutaten und aktivieren Sie dann die Paste mit dämonischer Energie. Auf der zweiten Seite finden Sie einen Spiegel mit dem Namen des Wesens. Nutzen Sie die hergestellte Paste, um das Siegel an den Ort zu zeichnen, an dem der Besessene gestorben ist. Das sollte ein Portal öffnen. Bei Einsatz an gewissen Orten, die Zugang zu einer anderen Dimension haben, kann es jedoch zu seltsamen Zwischenfällen kommen. Bitte informieren Sie mich umgehend, sobald Sie fertig sind. Ich freue mich schon darauf, von Ihrem Erfolg zu holen. Hör hören, mit besten Grüßen. Ein Ritual. Aber was sollen wir hier nicht tun? In your tongue, I am called Beleth. But my nature, you cannot grasp. It's enough to simply say that I am a benevolent spirit. That's all for the chitchat. There is a document here on the table. It holds detailed instructions about how to get rid of your troubles. Take it and go to Rhodes' house. By the way, you need to run. Something wicked is coming your way. Okay. So we're all, so. See ya. He's definitely not who he says he is. And he's hiding something from me, I can tell. But what? I've got to get to the bottom of this. Finde ein Stück Organ. Okay, das haben wir ja. Okay, wir brauchen noch ein Habesche. Stammbaum. Demon Beleth. Aber hat ja nichts mit unserem Stammbaum zu tun, oder? Na gut. Okay, rennen. Brennen wir mal. Zurück zum Haus. Da ist wahrscheinlich eine etwas größere Runde vor uns. Hier können wir her. Oder nicht? Oder doch? Doch. 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 Der ist schon. Der ist schon. Der ist schon. Der ist schon. Okay, erscheint irgendwie... Bin ich hier richtig? Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Ich weiß gerade nicht, ob das so richtig ist hier. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen außerhalb des Weges. Obwohl, doch, hier kommt man rein, aber ich kann da nicht hoch. Ich glaube, da ist ein Bug. Ich bin außerhalb der Stadt. Ich hätte hier gar nicht hingedurft. Oh je. Okay, so geht es auch. Ich bin außerhalb der Stadt. Obwohl, da ist doch was. Da ist doch was. Da ist doch was. Oh, das ist mal eine Höhle. Ich bin hier ganz falsch. Ich bin außerhalb des Levels. Ich bin ganz falsch. Ich muss wieder zurück. Ich renne jetzt einmal wieder zurück und gucke, ob ich mich wieder durch das Ding durchglitschen kann. Sowas dürfte aber nicht sein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin im... Ich bin im... Ich bin im... Nirgendwo. Okay. Okay. Spielladen. Ähm... Ist das hier richtig? Ich gehe mal zurück zum Desktop. Okay. Ein neuer Versuch. Ich hoffe, ich habe hier alles. Habe ich das Dokument? Habe ich das? Ja. Können wir wieder raus? Ich bin im... Ah, guck mal. Der tötet die aber. Der Reaper. Oh. Das hat ja nicht funktioniert. Lass dich von einem Jäger töten. Okay. Haben wir das auch erledigt? Aber in welche Richtung muss ich denn dann? Ah, das kann ich wegmachen. Ich muss dann hier herrennen. Hier muss ich her. Und dann? Einfach immer geradeaus. Okay. Das ist doch ein Wort. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Wieder in dem Haus. Da fehlt ein Horn. Ich brauche ein Horn. Wo kriege ich das Horn her? Wo bin ich denn hier überhaupt? Bei so einem anderen Haus. Ich muss eigentlich hier wieder raus. Und dann rechts. So geht's auch. Jupp. Sehr merkwürdig. Da müssten sie aber gleich geschafft haben. Jetzt nur nicht stolpern. Wir sind gleich da. Oh. Oha. Oha. Oh. Das ist mein Haus. Ich dachte, wir müssten jetzt wieder hören. Ich drehe übrigens am Rad, ne? Mit A und D. Das ist nur so langsam. Naja. Da gibt's nichts Neues. Okay. Was müssen wir tun? Finde noch was. Finde ein Haarbüschel. Oh. Ich weiß, wo ein Haarbüschel sein könnte. In der, äh... Haarbürste natürlich. Ich habe Haare an einem Kamm gefunden. Jo. Okay. Äh. Führe das Ritual durch. Finde den Altar. Den haben wir gefunden. Bereit die Paste zu. Okay. Mal sehen. Kann ich dieses Blutding in meinem Auge mal weggehen? Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Bug, ey. Dazu müssen wir am besten den Geheimweg gehen. Ist bestimmt auch ein Bug, dass das hier nicht weggeht. Halleluja. Notizbuch aktualisiert. War ja nicht der Geheimweg? Turbulente Vergangenheit. Netz der Täuschung. In meinem Kopf herrscht Chaos. Das ist übrigens der Mikroständer, der immer so knatscht. Ich werde von Angst und Verwirrung zerfressen. Habe ich wirklich mit Roy Millard gesprochen? Oder hat dieser Beleth von Anfang an die Fäden gezogen? Irgendwie konnte ich nur so naiv sein, in eine Falle zu tappen. Und was, wenn auch das ein Haufen Lügen war? Vielleicht war es die ganze Zeit über ein Mensch, der mich manipulierte. Dein Dämon. Hier war der Geheimweg. Ah, ist wieder weg. So, mal sehen. Was muss ich da reintun? Also die Haare. Die Augen. Und. Ach, warte mal. Ich muss mir wahrscheinlich. Ich muss mir das Blut wegwischen. Alles klar. Deswegen geht das nicht weg. Die Haare, die Augen und. Ich habe noch ein leeres Glas. Und das Blut. Und dann durchmischen. Hm. Es fehlt noch was. Ah, ich muss den Spell machen. Ja, hier das Glas. Zack. Sehr lecker. Gut. Zeichne mit der Pasta das Siegel auf dem OP-Tisch in Zimmer 5 und aktiviere das Siegel mit dämonischer Energie. Ähm. Ich nehme mir mal schön die Seitenwege hier. Kann auch ruhig kommen, der Jäger. Zimmer 5. Wo war das denn nochmal? Zimmer 3. Wo ist Zimmer 5? Zimmer 5. So. Hier muss ich es wahrscheinlich. Ja, ja. Hier ist sie gestorben. Dann muss ich das Siegel zeichnen. Hm. Okay. Und. Aktivieren. Und dann habe ich ein Tor. Tja. Versuchen wir es mal. Hinein ins Portal. Ähm. Okay. Ein Film. Das ist nicht ich. Betritt erfolgreich Elisabeths Unterbewusstsein? Okay. Interessant. Ich habe nur meine Brille dabei. Das ist alles, was ich hier habe. Wo? Okay. Sie beobachte mich. Ich kann auch... Sie mag das anscheinend überhaupt nicht, dass ich hier rumrenne. Oh, da war was drin. Ah. Ein Teil eines Bildes. Okay. Da ist ja auch noch was. Oh. Noch ein Teil eines Bildes. Okay. Wie viele gibt es davon? Zu. Ein weiteres Teil. Ist das Theaterplakat anscheinend. Okay. Ah. Die Familie. Sehr schön. Ah. Ein weiteres Teil. Sehr schön. Die sehen echt immer alle so freundlich aus. So eine freundliche, nette Familie. Hier. Haben wir schon genug Bilder? Ja, ja. Komm. Versuchen wir es mal. Äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. The Fall from Grace. During April, on every Saturday and Sunday, geht Samstag und Sonntag im April, we hear the following passages from gramophone recordings, and each passage tells a made-up story from a so-called well-known play, The Fall from Grace, acts as a subplot that mirrors the order of events that happened to Elizabeth in the main plot, and the wandering troupe Dionysian, of which Elizabeth was once apart staged. Because we are inside this subconscious, we hear her version of the story. Okay, das ist jetzt quasi wie ein Theaterstück aufgemacht. Wir erfahren jetzt ihre Geschichte in Form eines Theaterstückes. Zu der Zeit, wo sie bei dieser reisenden Wandertruppe war, und ihren Mann kennengelernt hat. Mein Großvater. Mal sehen. Ah, es fehlt ein Film. Doch nicht. Doch nicht. Ich weiß. Ich weiß. Zusammen haben sie ein Kind, die Lucius genannt haben, und sie wollten ihn wunderschön sein. Aber er war nicht dein typischer Kind. Er war kalt, komplaisant und indifferant. Okay. Ball, Spielzeug. Ich glaube, wir müssen hier einiges finden und da reinlegen, oder? Den Ball. Ein kleiner Ball. Kann man hier was durchsuchen. Also, wir brauchen einen Ball, eine Eisenbahn, ein Schaf und einen Wolf. Ja. Eisenbahn. Na. Oh. Eisenbahn. Und zwei Spielzeugfiguren. Ein Wolf und ein Schaf. Oh. Okay. Seltsam, es geht hier vor. Also, wo? Okay, ich... Oh, guck erstmal hier. Da ist auch noch eine Tür. Das ist ja strange. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Hä? Ach, guck mal hier. Ach, das Ding! Ach nee, wir müssen es da hinten hinlegen. Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Dann gibt es in einem anderen Raum wahrscheinlich das andere Spielzeug. Da. Das Schaf. Das ist einfach spiegelverkehrt jetzt. Das ist einfach spiegelverkehrt. Eine kleine Plastikuppe. Sie hat ein rundes Pausbeckiges Gesicht mit rosigen Wangen und großen leuchtenden Augen. Und ich wurde schon wieder angeknabbert hier. Okay. Soll ich die jetzt da reinlegen? Ah, okay. Dieses Baby ist so hässlich. Diese Puppe. Alter, ist die hässlich. Hässlich. Ja, okay. Eins. Zwei. Sehr Halloween-mäßig hier. Kommen wir mal in den dritten Färben. Das war mit dem Geist. Die Erbens. Als er nicht von Fleisch und Blut geboren wurde, sondern von Flammen, wurde er langsam verletzt von der lebenden und schrecklichen Zeit. So wurde seine Gedanken sinnvoller und verletzt, und seine echte Natur nahm. Daher, nach einer verabschiedeten Infanzierung, hat er erinnert, dass er sein Leben. Gott hat ihn menschlich verletzt, und er und seine Dämonen, nach dem ihm, wurde verletzt zur Mördlichkeit. Aha, der Dämon hat Rebellit. Okay, mhm, mhm. Schafe, Dämon, Haus, Gewitter. Vier Schafe. Wandbild Nummer 3. Ah, ja. Müssen die Geschichte wahrscheinlich nachspielen, ne? Ist das ne... Ne 7, würde ich sagen. Aber verkehrt herum irgendwie... 2... 1... Ah, okay. Aber wo sind die anderen Bilder? Müssen ja mehr als 2 sein. Ah, hier geht's immer ran. Mhm. Mhm. Okay. BX muss ja nicht so ewig suchen. 2... 1... Hier ist dort irgendwas. Aber ich sehe dann nichts. Du musst dich knatschen. Hey. Ach, da ist auch noch eine Tür. Warte mal. Das sieht sehr komisch aus. Hä? Ist mir gerade irgendwas umgefallen oder so. Es klang zumindest so. Suche ich mal weitere Bilder. Hm. Okay. Dann haben wir jetzt vier. Aua. Weiter. Wasche dir dreizehn Mal ab. Ja. Haben wir erledigt, ne? Haben wir sonst noch was? Sekte Kerzen brauchen wir noch. Stammbäume fehlen noch einige. Ein Goldtot empfiehlt noch. Haben wir noch mehr Türen hier? Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Hm. Ich verstehe es nicht so ganz. Zwei. Hier steht gar keine Zahl. Ach, die Farben. Die Farben sind die Reihenfolge. Blau ist zwei. Eins ist rot. Drei ist grün. Ach, das ist nur vier. Und vier ist gelb. Zwei ist blau. Vier ist gelb. Drei ist grün. Und eins ist rot. Gut. Also hier müssen wir anfangen. Nochmal sehen. Äh, was ist denn wohl eins? Auf dem Wachsmalbild ist ein Haus zu sehen, das von heftigen Blitzen getroffen wird. Der Dämon scheint sie sehr zu fürchten. Auf dem Wachsmalbild ist ein Dämon zu sehen, der von Blitz getroffen wird. Der ihm die Flügel abreißt. Auf dem Wachsmalbild ist ein Dämon zu sehen, der neben dem Haus steht. Auf dem Wachsmalbild ist ein Dämon zu sehen, der aus dem Himmel hinunter in eine dölische Landschaft mit Schafen steigt. Das ist das Erste, würde ich sagen. Äh, hier kommt das Erste hin. Rot ist eins. So, zwei ist blau. Dann kommt das mit dem Haus, der neben einem Haus steht. Dann ist drei grün. Ist das Gewitter, würde ich sagen. Und vier, wo er getroffen wird. Okay. Das war richtig. Also es ist ein Dämon vom Himmel. Vom Himmel gekommen, der Angst vor dem Blitz hatte und dann vor dem Blitz getroffen wurde. Wir wurden ja auch mit einem Blitz begrüßt, als wir dieses Haus gesehen haben. Hätten wir das jetzt nicht machen dürfen. Okay. Wahrscheinlich einfach durchrennen, ne? Durch? Hä? Äh. 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 Okay. Hä? Wo sollen wir denn hin? Also müssen wir irgendwo durch den Zaun oder so. Da müssen wir uns verstecken. Warum muss ich verstecken? können. Okay. Also verstecken wir die Devise. Ah, die Tür ist auf. Oh, jetzt ist wieder das Kreuz zum Drehen. Oh. 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 Als der Angst der Mörbliche furchtet hat, sein Leben begann eine dünnende Spirale. Er warnt für hundert Stunden in den woods, um sich zu finden, um die platt er sich in. Als Zeit lang ging, sein Head war mit Design, so dark, dass kein Mensch-intellekt zu denken. His own immortal self, from when he lived in the abode of fire, to Gowin. His humaneness, he was lost forever, and he started scheming unspeakable deeds. Okay. Oh. Und jetzt? Und jetzt? Okay, da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Okay. Ah, da. Okay, wir können mal Gut und Böse machen. Den Raum gibt's in Gut und Böse. Aber was bringt das? Müssen wir alles auf Böse stellen? Vielleicht erirrt umher? Die guten Gedanken wurden böse. Ja, vielleicht ist das so gemeint. Ah, es wird immer größer. Da wey. Okay. Was ist das? Oh, der Kristall. Oh, der Kristall. Oh, der Kristall. Ah, wir müssen sie wieder zusammensetzen, oder? Kann das sein? Müssen wir sie wieder zusammensetzen? Mal sehen. Kapitel... ne, nicht Kapitel 5. Der Dämon hat sie verwandelt. Ah, wir müssen bestimmt ein Horn finden und hier einbringen. Ein rätselhafter Kristall. Okay, gucken wir mal hier. Gehe nicht eine Tür auf irgendwo. Die Tür ist weg. Wo ist die andere Tür? Mhm. Ah, wir müssen gucken, welche Puppe den Kristall hat. Ah, wir müssen uns aufhören, welche Puppe den Kristall hat. Okay. Ah. Das Horn. Alles klar. Und das müssen wir hier ansetzen, ne? Okay. So war die Geschichte also wirklich. So war die Geschichte. So war die Geschichte. So war die Geschichte. Sie verliert sich selbst in den galvanisierten Ravagen der Möden. Und hat dann ihren Mann zerfetzt. Something's missing. Müssten wir es hier suchen. Also irgendwas aufs Bett tun auf jeden Fall. So das. Oh, da ist auch noch ein Bett. Aber es sind auch keine weiteren Türen. Was ist das? Nichts. Ich komme nicht weg. Äh. Hier muss ich einen Steiner drauflegen. Das ist noch nicht fertig. Something's missing. Aber mehr kann ich doch hier nicht machen. Was muss ich da dran machen? Das muss irgendwas hier vorne sein. Da kommen auf jeden Fall Geräusche her. Hä? Kann ich den Film nochmal angucken? Nee. Hier liegen noch so Dinge auf dem Boden. Aber die kann man nicht aufnehmen. Das ist doch auch nicht. Was soll immer das sein? Ich muss was sagen. Dieser Spruch. Kann ich was verschieben? Warum ist dieser Vogelkäfig hier? Ich muss das hier am Boden finden. Irgendwas. Was soll das? Was soll das? Ah, jetzt hier? Ah, hier? Ah. Eine Hand. Ah. Ich habe doch gerade hier überall gesucht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Die ist aber auch wütend. Bin ich vielleicht der Dämon? Okay. Wahnsinn. Notiz aktualisiert. Abstieg in die Dunkelheit. Einen Austritt in eine andere Dimension werden wir wahrscheinlich das nächste Mal in der nächsten Folge zur Kirche gehen. Und für ihre Seelen reden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaui. Tschaui. Hey, ich bin Schaui. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Lunacy's and Roads. Wir haben einen neuen Eintrag, den habe ich aber glaube ich letzte Folge schon vorgelesen. Wir waren quasi in dem Verstand der Großmutter und haben mehr über die Hintergrundgeschichte herausgefahren. Äh, herausgefahren sind wir dann später wieder aus ihrem Geiste. Und, äh, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt gar nichts zu tun. Aber wir haben immer noch diesen tollen Schädel. Können wir mal gucken, ob es hier noch was gibt. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder raus. Untersuche die Quelle des Schreis, der gerade im Flur zu hören war. Okay. Wir müssen noch ein bisschen was, äh, ach, guck mal hier. Hatte ich den schon? Ah! Finde alle Goldtotems. Da haben wir das ja schon mal hinter uns. Okay. War der Schrei hier? Zumindest zieht die Tür auf. War ich hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin. Hier haben wir diesen, genau, hier haben wir den Schädel gefunden. Ich erinnere mich. Wie sieht's denn mit dem Stammbaum aus? Da gibt's nichts Neues. Gehen wir aber mal weiter. Vielleicht kam der auch von unten oder so. Aber wir gucken erst mal hier oben. Hier war nichts. Hier war nichts. Ach, das war nur diese... Was war das hier? Das Bastelzimmer. Ja, genau. Warte mal, hier sind wir... Rausgekommen. Vielleicht müssen wir dann doch in die Seuchtung. ganz schön windig, wa? Duschern wir da. Hier war auch nichts mehr. Omi? Oh. Hallo Omi. Da liegt sie ja. Und hast du slain die Jabbawak? Kommt in meine arms, meine Beamish boy. Oh, Fraudestay. Kaluu. Kalai. He trottled in his joy. When Lily regained consciousness, she saw the sufferings of the madness she had inflicted on her beloved. And her mind departed from her body for good. Condemning what was left to eternally walk the house. Where they had shared the most precious of memories alone. Omi. Weg ist sie. Ach. Auf Wiedersehen, Liz. Zerstöre Elisabeth. Elisabeth. Oh, wir haben hier Horen. Da weiß ich auch schon, wo das hinkommt. Da gab es noch eine Tür mit Horen. Was ist das? Ach, die Suppe. Überreste eines Nihils. You've done well. Huh. Rescuing your grandmother from the grip of darkness that held her captive. But the journey is not over yet. The next step is the house of your fathers dearest friend. You will delve deep into the darkness caused by your kin and their brethren. Now, off you go. Off I will go. Karte aktivieren. The Lynn, Haus der Adams. Das war es nämlich. Die Kirche ist auch immer noch da. Die Kirche. Und da ganz hinten ist auch noch ein Haus. Na, vielleicht wird es doch nicht die letzte Folge. Äh, vielleicht doch nicht. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Die Überrechte eines Nihils. Jetzt nur noch. Was? Ein Haufen Asche. Achso, und was haben wir noch gekriegt? Ein Dämonenhorn. Ein krummes Horn. Mit scharfer Spitze, das einen bedrohlichen Eindruck macht. Es strahlt etwas Bösartiges aus. Gut. Dann begeben wir uns mal zu diesem anderen Haus. Aus damit. Aus dem Haus. Ähm. Ich glaube, wir nehmen mal lieber wieder den Geheimgang. Warte, noch eine... Was? Ich versuche ja immer noch ein paar Kerzen. Aber wenn wir jetzt noch in diverse andere Häuser gehen könnten, die natürlich da sein. Äh. Äh, hier. So, da müssen wir ja mal aufs Kärtchen gucken. Wir sind da. Wir kommen jetzt auf den Hauptweg und können dann uns einfach links... Was? Ja. Oh. Ja. 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 Wo muss ich hin? Hier schon links irgendwo. Renn doch mal. Oh, 10 ermordet. Ah, okay. Hier sind wir scheinbar sicher, oder? Wir sind aber am richtigen Haus auf jeden Fall. Und es wurde schon romantisch für uns vorbereitet. Ich freue mich. Klapper, klapper. Ah, guck mal. Ja, man kann tatsächlich rein, ne? Automatisches Speichern. Oh, da liegt dann ein Brief. Öffne die Tür zum Haus der Adams. Ich kann es nicht helfen, aber zu erkennen, dass dieses ähnliche Geräusche missbraucht ist. Hallöchen! Finde die erforderlichen Materialien, um die Adams-Schwestern zu vertreiben. Das ist ein Brief. Das ist ein Brief. Das ist ein Brief. Oh. Na, ob, äh... Na, ob, äh... Schön. Ähm, ob der uns wohl wirklich helfen kann? Finde die Materiellen. Finde die Blutprobe von den beiden Schwestern. Achso, wir müssen wieder... Genau derselbe Spaß. Okay. Ähm... Ich wollte das noch lesen. Aber wo war... Wo war der Text? Welchen Text hatten wir noch nicht? Ah, hier. Ein Brief von John Adams von Dr. Ambrose Dexter. Sehr geehrter John Adams. Ich wende mich verzweifelt an Sie, da ich mit einem medizinischen Rätsel zu tun habe, das mich zutiefst erschüttert hat. Die von Ihnen bereitgestellte Substanz hat Zwillingsschwester mit einer Krankheit infiziert, die ich weder diagnostizieren noch behandeln kann. Die Symptome sind jenseits von allem, was ich bisher gesehen habe. Und erfüllen mich mit Schrecken. Wenn Sie über Informationen verfügen, die mir helfen können, dieses Rätsel zu lösen, teilen Sie mir diese bitte schnellstmöglichst mit. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Ambrose Dexter. Okay. Dann haben wir jetzt ein neues Haus, wo wir uns umsehen können. Die Zwillinge. Haben wir sie jetzt hier drin? Ah, es sind die Töchter von John Adams. Mildred und Margaret. Und noch eine Kerze. Drei Kerzen habe ich hier schon angezündet. Wie viele fehlen noch? Warte, muss ich hier gucken. Drei weitere fehlen noch. Okay. Vielleicht finden wir sie ja hier noch. Sonst gibt es hier nichts, oder? Mal gucken. Irgendwo im Schrank vielleicht. Unter dem Tisch. Irgendwas hier. Viele Kreuze überall. Aber ein modriges Dach. Na gut. Oh, sie sind in der Nähe. Oh, ich habe ja meinen Schädel. Mein Verteidigungsschädel. So, was ist hier? Bestimmt abgeschlossen, oder? Oh. Was ist das denn für ein Spielzeug? Was soll das sein? Sieht aus wie eine Sicherung. Keine nur verlassen. Finde die erforderlichen Materialien. Finde heraus, wie du den seltsamen Mechanismus aktivieren kannst. Suche nach fehlenden Teilen der seltsamen Maschine auf dem Tisch. Okay. Da, fuck. Bild nicht mehr. Oder? Nee, kann man nicht. Das ist irgendwie auch alles so aus, ob man hier durch die Wände irgendwie gehen könnte. Ja, gucken wir erst mal oben. Ah, ich dachte, hier wäre noch eine Kerze. Ah! Was für freche Gören, oder? Werfen die einfach einen Schrank nach mir. Mädels, Mädels, Mädels. Und wer hat den Stuhl kaputt gemacht? Okay, da können wir rein. Ah, da sind sie. Die, die Reste der Zwillinge. Laborbericht von John. Operationsvorbereitung. Heute muss ich eine erhebliche Verschlechterung des körperlichen Zustands meiner Zwillingstöchter feststellen. Zum Eintritt in die zweite Phase der Behandlung werde ich Edwards Forschungsmaterialien gründlich studieren, um hoffentlich zu schaffen, was er nicht vermag. Seine Forschung ist meine einzige Hoffnung. Ich werde die beiden Hörner aus meinem Besitz benutzen. Hoffentlich sind sie die Lösung. Dämonisches Spiel, was hier getrieben wird. Gut. Nehmen wir erst mal die Tür. Ah. Das Zimmer der Schwestern, schätze ich. Wenigstens wird die Wäsche frisch gemacht. Ah, Haare. Haare der Schwestern. Haben wir das schon mal erledigt? Wir brauchen eine Blutprobe und ein Organstück des Körpers. Was? Oh. Okay. Darf ich jetzt wieder raus? Oh. Alles klar. Ihr spielt mit mir. Ich muss bestimmt noch auf den Dachboden. Schwester, Schwester. Aber wir kommen wieder hoch. Ah. Informationen über das Gerät. Ringe. Zahnräder für den Kryptex-Schrank. Ah, ja. Was ist der Kryptex-Schrank? Wo ist der? Unten war dieses Teil. Aber wo ist der Schrank dafür? Hier ist noch was. Eine Note. Laborbericht von John. Dimensionsgerät. Während ich diese Zeilen schreibe, zittert meine Hand vor Angst. Harry und ich haben ein furchtbares Gerät im Keller gefunden. Doch nur Harry kann es bedienen. Es ermöglicht ihm, eine andere Dimension zu betreten. Und der bloße Gedanke daran jagt mir und der Schauder über den Rücken. Dann basteln wir uns mal unser Dimensionsgerät. Hey, Schwestern. Interessiert sie mich? Wow, 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 wow. Einmal probieren. Einmal durfte sie an mir snacken. Gut, Dimensionsgerät. Wo war es denn? Hier. Wo sind diese Ringe da? Heimkehr. Die Ruhe vor dem Sturm. Überreste der Vergangenheit. Je mehr ich herausfinden, so mehr wird mir klar, dass die Dunkelheit, die unter der Oberfläche lauert, weit schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe. In diesem Dorf werden geheim... Das hatten wir doch schon. Muss ich die nicht kombinieren hier? Ah ja, jetzt. Okay. Findet den Code für den seltsamen Mechanismus. Oh, warte mal hier. Hier ist was. Ach, guck mal hier. Laborbericht von John. Runen. Erstens, interdimensionales Sigil. Öffnet ein temporäres Portal. Spell-Breaking-Sigil, also fluchbrechendes Siegel. Er entsiegelt magisch verschlossene Türen. Containment-Sigil, also zum Einfangen sei ein Zeichen. Fängt Dämonen ein. In einem Bereich für eine begrenzte Dauer. Offensive Sigil. Zerstört Dämonen. Okay. Hatte ich das gerade übersehen? Ah, wie kriege ich diese Zeichen? Wie finde ich... Wie finde ich jetzt rein raus, dass der Code ist? Wie oder wo finde ich jetzt diesen Code raus? Finde den Code für den Mechanismus. Ist er vielleicht hier irgendwo versteckt bei den Büchern? Das kann doch nur der Code sein, oder? Ich kann es angucken, aber ich kann nichts damit machen. Das ist die Reihenfolge. Ich gucke nochmal. Aber ich meine, da müsste man Buchstaben auswählen, oder? Buchstaben? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tja. Das ist schon irgendein Wort. Fünf... Fünf... Fünf-stellig. Leute, das hilft mir auch nicht weiter. Und hier ist nämlich sechs Zeichen. Also damit kann das wahrscheinlich nichts zu tun haben, oder? Vielleicht draußen noch irgendwo im Garten gucken oder so? Ja, das können wir auch noch machen. In einem Keller. Hat das Ding denn kein Keller hier? Au, au, au. Natürlich können wir mit diesem Ding mal suchen, ne? Vielleicht oben nochmal. Hier glänzt nichts. Aber wie sieht's hier aus? Hm. Okay, dann guck ich mal draußen, ne? Oh, was? Ja. 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 Also draußen benutzen, schlechte Idee. Da ist noch ein Klo. Oder so. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Tja. Was haben wir hier noch gefunden? Dunkles Haar mit einem Bann zusammengebunden ist. Es riecht aus irgendeinem Grund unangenehm. Dunkles, verfilztes Haar mit einem Bann zusammengebunden ist. Es riecht aus irgendeinem Grund unangenehm. Was haben wir noch? Die Brille, Feuerzeug. Das Glas. Die Schere. Den Schädel. Den Stammbaum. Die Asche. Vielleicht der Name des Dämons, äh. Das Passwort. Kann ich unten nochmal gucken? In dem Raum. Wie heißt denn der Dämon? Beleth. Eins, zwei, drei, vier. Es sind auch sechs. Es sind auch sechs. Nihil. Eins, zwei, drei, vier. Nihil vielleicht. Wir können mal Nihil ausprobieren. Aber ich glaube nicht. Nee. Das ist schon mal nicht. Das ist es schon mal nicht. Sollen wir mal umgucken? Was soll das überhaupt für ein Teil sein? Irgendwie ist dieses Ding irgendwie so auffällig. Also ich hätte jetzt gedacht, man könnte noch irgendwie auf dem Dach bohren oder so. Okay. Kommen wir nochmal ins Journal. Was haben wir denn für Aufzeichnungen? Nicht wirklich viel. Oder hat es damit irgendwas zu tun? Ja, können wir bestimmt mit diesem... Ja, wir müssen ja so ein Symbol machen. Mit dem, äh, mit dem Zeug, ne? Harry. Im Keller. Im Keller. Okay. Im Keller. Im Keller. Im Keller. Wenn sie es im Keller gefunden haben. In diesem Keller oder im Keller vom anderen Haus? Wie kommt man denn hier in den Keller? Vielleicht von außen? Aber in den Außenkeller geht... Nee, es hat keinen... Es hat keinen Keller. Vielleicht muss ich jetzt doch nochmal zum anderen Haus. Wo ist denn der Jäger hin? Also ich gucke einmal... Ich gehe einmal in den Keller und, ähm... Ja, dann weiß ich auch nicht, wenn es dann auch nicht klappt. Dann habe ich ehrlich gesagt keine Idee. Okay, könnte man noch weiter... Irgendwie in den... Im anderen Dorf suchen. Aber warum sollte man das tun? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man das irgendwo da findet. So, wie kam man denn nochmal in den... Oh, oh. Wie kam man denn nochmal in den Keller? Der war hier hinten irgendwo, ne? Ah, hier. Ah, hier. Äh, Jack. Ah, da kommen wir in den Bereich. Aber Kerzen gab es ja auch nicht mehr zum Anzünden, oder? Jetzt können wir zumindest die interdimensionalen Türen wieder freimachen. Gab es oben noch was? Hier gibt es da nichts mehr. Vielleicht ist es doch der Keller, wenn er schon so schön zugeht. Oder ich bin jetzt... Oder ich muss das Ding wieder drehen. Kann ich es drehen? Kann ich irgendwie raus vielleicht? Also raus kommen wir auf gar keinen Fall. Und da hinten die Tür ist auch zu, ne? Ich glaube in diesem Haus ist das nichts mehr. Ich kann mich da nochmal zurück. Eieieiei, okay. Gut, gehen wir mal ins andere Haus, oder? Wir können mal bei der Kirche gucken. Ähm... Tja, entschuldigt für dieses Rumgerenne. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich als nächstes hin muss. Haus der Andersons, Haus der Adams. Warte mal. Harry. Wer ist denn Harry? John? Wer ist Harry? Nihil? Es ist Lelvis, Edward. Harry. Er ist sein bester Freund im Keller von Harry. Äh... Hallo? Okay. Hm. 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 Aber da flüstert es doch. Hier flüstert es doch. Oder muss ich in den Keller? Muss ich da runter nochmal? Hier flüstert es überall. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe leider kein Französisch. Es klingt wie Französisch, aber ich verstehe es leider nicht. Vielleicht einfach, weil hier das Ding ist? Es hört einfach nicht auf. Wieso kann ich die Karte nicht mehr öffnen? Prostamt. Ich versuche mal hier weiter zu kommen. Ich versuche mal zur Kirche zu kommen. Ja, zumindest. Sind hier Sachen, ne? Oh, kommen wir da rein? Da ist nämlich auch noch ein Haus. Ich hätte es aufgehört. Hallo? Ja, mein Schatz. Mehr gibt es hier nicht. Okay, da. Dann da vorne links. Und hier ganz links. Hier müsste man irgendwie... Da ist die Kirche. Aber da kommen wir nicht hin. Hier ist nur diese kleine Kapelle. Ah, hier kommt man noch hin. Hier kommt man noch hin. Friedhof. 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 Problem. Wo ist das? Bis dann? Ja. Passt abend. Was ich da kann. Ich habe keine Ahnung... Posstamt. Da gehen wir mal da. Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach weiter. Ich weiß halt nicht, was es geflüstert soll. Kannst du auch nichts wegmachen. Ja, hier ist... Ich könnte mal einer durchglitschen. Aber ansonsten warst du hier keine Chance. Jetzt krieg ich schon wieder die Karte nicht. Alter, ist das verbuggt, ey. Wo ist die Karte? Hallo? Da geht's nicht weiter. Haus der Andersons. Da könnten wir noch hin. Die hatten, glaube ich, auch einen Keller. Und wenn ich da auch nichts finde, dann muss ich leider nachgucken. Dann hab ich keine Idee, was man noch finden könnte. Ich find's... Ah, da ist der Keller. Ein Keller zumindest. Komm da rein. Tatsächlich. Tats... Oh. Okay, schade. Hä? Krieg ich's nicht auf. Nichts. Nur Schädel. Der war auch zu. Ich geh wieder zurück zum Haus. Ich geh wieder zurück zum Haus. Was ist hier? Haus der Adams. Brunnen. Okay. Ich glaube, das ist einfach ein Bug. Was ist denn das hier? Alter. Nein, das Spiel ist nicht verwandt. Alles klar. Also irgendwo hier muss es doch Hinweise geben. Vielleicht nochmal erst Radio hören. Oh, stopp. Ich hab keinen Strom. Oh. Okay, Strom. Ich hab keinen Strom. Das hilft auch nicht weiter, oder? Als Hilfestellung. Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt mal nach. Ich habe keine Ahnung. Also eine Sache habe ich schon anscheinend übersehen. Wo war die jetzt? Irgendwo hier. Wahrscheinlich unten. Hier kann man was drauf tun. Ah. Ah. Und hier. Kann man den Teppich zur Seite schieben. Und da ist ein Schlüssel. So. Und der Code. Können wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier was finden. Ich habe keine Ahnung, wo man den Code findet. Es war mir nicht klar. Aber das Passwort soll wohl Sirenen lauten. Das ist aber auch wieder was anderes. Also keine Ahnung, wo man das kriegen würde. Ob man das Passwort irgendwie in irgendeinem Text findet. Es war mir weder vom Video klar, noch sonst irgendwie was. Aber da kriegen wir jetzt den Schlüssel für den Keller. Und dann schauen wir mal, was es im Keller gibt. Also, keine Ahnung, wie man dieses Passwort hätte finden können. Also, vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht wisst ihr es ja. Lass dich nicht von den Zwillingen töten. Oh, guck mal. Hier ist auch so ein toller Keller. Na gut. Ein riesiger Keller. Oh, was haben wir denn hier? Lootproben. Aber hier gibt es auch sonst nichts. Oh, da. Doch, da ist was. Was ist das? Zähne. Petiz aktualisiert. Annehmen des unbekannten Zwillingsschwestern und eine finstere Operation. Ich kann kaum glauben, dass Zwillingsschwestern die gleiche finstere Operation wie Elizabeth Rhodes über sich ergehen lassen mussten. Ich habe zwar nur wenige Informationen, aber es ist offensichtlich, dass die gleiche verdrehte Magie beteiligt war. Je mehr ich über diese finstere Magie herausfinde, desto mehr macht sich in mir ein Gefühl von Furcht und Unbehagen breit, als wäre ich selbst Teil dieser gestörten Geschichte. Habe ich die jetzt genommen, hier die Zähne? Überreste eines Nihirts. Ein Glas mit menschlichen Zähnen. Hat möglicherweise was mit den Zwillingsschwestern zu tun. So, und das Geflüster hier geht auch nicht mehr weg, keine Ahnung. Wir durchsuchen mal die Räume. Notiz von Edward. In den düsteren Ecken der Abgrunddimension fand ich dieses wurmzerfressene Buch. Leiter Devionum, das Buch der Katastrophe. Es versprach Macht, doch brachte nur Pein und Schrecken. Ich folgte seinen unheilvollen Anweisungen in der Hoffnung, Samigina in unsere Welt zu rufen. Doch alles ging furchtbar schief. Ich konnte die Präsenz von Wesen einer anderen Welt in den Schatten spüren. Die Dorfbewohner flehten mich um Hilfe an, als unaussprechliche Schrecken begannen, sie nacheinander zu heimsuchen. Doch mein einziges Ziel war es, meine Frau zu heilen. Ich wusste, dass der Preis für das Herumspielen mit dämonischen Mächten hoch war. Und ich fürchtete, ihn mit meiner eigenen Seele zahlen zu müssen. War sicherlich nicht so schlau. Ach, ein weiterer. Hier können wir wieder was zusammenmischen. Müssen wir gar nicht nach draußen gehen. Okay, gucken wir uns mal die anderen Räume an. Glücklicherweise gibt es hier auch noch... noch mehr. Hallo? Mein Gott, das finstere Keller. Ich höre gar nicht mehr auf. Ah, ja. Ja. Bereise die Paste am Altar. Achso, das waren die Zähne der beiden Schwestern. Dann können wir ja doch... Dann können wir ja doch die Paste zusammenmischen. Dann haben wir ja alles. So. Blut. Blut. Ha. Ha. Zähne. Sind doch wohl Zähne von beiden Schwestern. Aktivieren. Und ab ins Glas. Was? Hauptsache, das Geflüster hört gleich auf, ey. Was? Was? Magik, magik. Klack. Die Tür ist auf. Oh. Okay. Wir kommen in den Katakon. deeper into the church, where Vasago has been revived. These halls are haunted by an ominous presence. A fierce guardian of the demon Vasago. Be cautious and use your magical sigils to protect yourself from this terrible monstrosity. Meine magischen Erkunde, die Katakonnen. Ja, wie soll ich denn die Siegel jetzt benutzen mit diesem Teil hier? Stammbaum. Dämonster Migina und Vasago. Mhm. Die Zwillingsschwester sind die Nihil Abscheulichkeit. Oha. Okay. Oh, ist denn das hier? Ich kann es nicht bewegen. Öffne die Tore mit Kristallen. Müssen wir wohl irgendwie anders lösen. Es ist übrigens wirklich die Stimme des Malers aus Leia Sophia. Klingt einfach so. Mhm. Hä? Okay. Aktiviert, ja. Und jetzt kann ich hier drehen, oder was? Aha. Wenigstens hat das Geflüster aufgehört. Da können wir nur runterspringen. Es gibt dann kein Zurück mehr. Oha. Okay. Oh, warte mal. Vielleicht mit diesem Zeug. Ah ja. Ach, Evo. Mhm. Können wir den da fangen? Ein Glas mit Pasta. Überreste eines Nihil jetzt. Okay. Jetzt haben wir hier was aktiviert. Das ist okay. 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 Oh. Oha. Oha. Haben wir ihn jetzt gefangen? Oha. 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 Okay Ah, ist der wohl weg, ne? Können wir wieder was zeichnen? Ah, okay Müssen die immer da drin gefangen halten Und können die mit unserem Ding aktivieren Und dann kommen wir ins nächste Tor Verrückt, das Ding Wie viel von der Suppe habe ich eigentlich noch? Das ist ein bisschen größer hier, ne? Das ist ein bisschen sehr viel größer Oh, Labyrinthe Wie ich die liebe Wie viele von denen... Kann ich das Tor jetzt öffnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, hier ist auch noch eins Ah Ah, ich muss noch einen aktivieren Hier muss noch irgendwo eins sein Hier vielleicht Oh, es muss noch eins irgendwo sein Fick die Hände Hier Hier ist das Dass der immer in die falsche Richtung läuft Okay Hier haben wir jetzt wohl Ruhe Gott ist das schlecht Okay Okay Und als ob wir noch nicht genug hätten Machen wir das ganze Spiel jetzt noch einmal Ah War das der Endboss oder was? Gib mir deine Scheiß, Hörner Das sind die Zwillinge Wo ist das andere Horn? Finde einen Weg aus den Katakomben Oh, eine Notiz Okay In den Fängen des Abgrunds Echo des Schreckens Geführt von Schatten auf der Flucht Das bedrohliche Knurren der Kreaturen Halt noch in meinem Kopf wieder Ich will endlich aus diesem Albtraum entkommen Und wieder Tageslicht und Frischluft genießen können Doch ich muss weitermachen Und nach dem Ausweg suchen Ich hoffe nur, dass Belef Mich in Sicherheit und nicht in den Untergang führt Bestimmt nicht Tageslicht Dann sind wir jetzt bestimmt in der Kirche, oder? Okay Toll Ein Gerechtig Gut, schauen wir mal Wir haben den Stammbaum vervollständigt Dämon Samisa Okay Also diese Dinger in irgendwelche Gruben Dann aktivieren Und dann Kristalle zerstören Jetzt sind wir bestimmt in der Kirche, ne? Haben wir hier irgendwo was? Steht da nicht Aber ich glaube, wir sind in der Kirche Ganz schön große Kirche Für so ein kleines Dorf Gibt's denn keine Schätze in der Kirche? Ah ja Erschaffe die dämonische Opferwaffe Um Vassago zu töten Uh Ist das Vassago? Na, die Kristalle können wir noch nicht Muss ich da reintun? Oh Das stört die überhaupt nicht Tun die mir was? Ach, die tun gar nichts Ach, das ist das Ritual Kann das sein? Okay Die magische Waffe Und jetzt die Kristalle zerstören Ah, komm Ah Ich muss Da bräuchte ich diesen Schädel Um den abzuwehren, oder was? Kann ich den nicht damit bekämpfen Wo ist die Waffe? Was, irgendeine Kraft? So So Ja, verstehe ich schon. Muss ich die richtige Reihenfolge oder was? Aha. Da muss anscheinend die richtige... Oh, ha. Welche? Okay. Okay, den können wir auch treffen. Oh, ist der am Nerven. Der Nimmat das noch verfehlt, noch? Der Nimmat, der Nimmat. Wie fehlt noch? Wo fehlt es denn noch? Der fehlt noch. Jetzt können wir den erledigen. Ein paar Kristalle zerstören und fertig. Wow. Endboss. Endboss. This eternal battle to purify the town from the clutches of Masango will come to an end here and now. Endboss. Nein, 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 nein. Hätte ich den jetzt nicht töten dürfen? Schön. 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 Quietsch. Was ich sicher bin, ist, dass dieses Ort mich nie wieder sehen wird. Ich glaube, es gibt zwei Enden. Das andere Ende wäre dann wahrscheinlich diesen Dämonen am Leben lassen. Ich gehe da mal kurz raus und ich sage mal fortfahren. Ich gucke mal, ob wir das andere Ende auch noch kriegen. Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Oh, da muss ich natürlich wieder alles zerstören. Ja gut, dann mache ich das mal eben. Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge die richtige war. Huh? Ich kann es nicht verbrechen. Es ist wie eine force es schiehltig es von mir getrennt. ...damaged. Ich weiß nicht mehr, was die richtige Reihenfolge war. Da unten auch noch. Nee, hier unten war nichts mehr. Nee. Ja, ich muss mit diesem Ding machen. Wo war noch eins? Da hinten, ne? War das der letzte? Ich weiß gar nicht mehr. Genau. So. Und dann lassen wir den im Tick einfach mal leben. Wahrscheinlich hätte ich den nicht direkt wieder töten dürfen. Ich bin Durst, ey. Ich mach jetzt einfach mal nichts. Ich muss ihn vielleicht aktivieren. Oh. Jetzt hab ich die aktiviert hier. Den zweiten muss ich noch erledigen. Was muss ich denn jetzt tun hier? Ach so. Einfach nochmal hin. Das ist wohl das andere Ende. Dämon töten. Dämon gewähren lassen. Da ist die ganze Stadt wahrscheinlich jetzt düster. Dämon gewähren. Es ist toll, dich hier zu sehen. Dämon gewähren, sohn. Ja. Dämon gewähren. Willkommen zu deinem echteren Restingplatz, George. Mach dir selbst komfortabel. Wenn du das interessierst. Ende eins. Okay. Ziemlich enttäuschendes Ende. Ja. Das war Lunacy Sandroads. Ein Spiel, auf das wir gut sechs Jahre gewartet haben. Von der ersten Demo, die richtig gut war, hat sich das Ganze in eine Richtung entwickelt. Die jetzt, sag ich mal, okay war. Es war kein schlechtes Spiel. Aber es sind definitiv so ein paar extreme Schwächen, die mich super genervt haben. Diese total unnützigen Kämpfe jetzt zum Schluss. Diese Verfolgungsjagden zwischendurch muss ich auch nicht haben. Ich mochte eigentlich so die Rätsel und das Umsehen und so. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Auch wenn das eine oder andere Rätsel ein bisschen schwierig war. Das eine mit dem Controller, habe ich nicht sofort gecheckt. Hätte man aber checken können. Checkt man vielleicht eher, wenn man es auf Konsole spielt. Weil da hat man halt dieses Konsolenkreuz. Hier hast du W, A, S, D. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Kreuz. Sondern ist halt eher so wie so ein T. Und ist hier gar keine Musik. Oh. Und die andere Sache war halt das mit dem, mit dem, mit diesem, mit dieser Röhre, wo du das Passwort eingeben musstest. Keine Ahnung, wie man da auf das Passwort gekommen ist. Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Vielleicht hätte man noch irgendwo ein Dokument finden müssen oder so. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, alle Gegenstände habe ich auch nicht gefunden. Habe ich alle Kerzen angemacht? Ne, ich glaube, ein paar fehlten tatsächlich. Hm. Ja, nicht alles gefunden. Bisschen schade. Hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser umgucken können. Aber es ist auch immer schwierig jetzt, dann in so einem Let's Play, dann eine Stunde durchs Dorf zu laufen und eine Kerze zu suchen. Ich glaube, das wäre es dann jetzt auch nicht gewesen. Ja. Wie gesagt, unterm Strich ziemlich okay. Es war nicht schlecht. Ich finde, es ist besser als die Bewertung. Ausgeglichen. Besser als ausgeglichen ist es auf jeden Fall. Ein bisschen besser drüber. Ist jetzt aber auch kein Spiel, was bombastisch mir in Erinnerung bleiben wird. Es hatte durchaus seine starken Momente. Die Atmosphäre war teilweise sehr gut. Die Effekte, Jumpscares so, fand ich ganz gut zwischenzeitlich. Aber letztendlich war es halt nichts, was jetzt wirklich herausstechend war. Super gruselig war es auch nicht. Es war alles im Rahmen. War eher so ein Rätselgruselspiel. Ja, genau. Ich hoffe trotzdem, dass es vielleicht einen Nachfolger geben wird oder ein zweites Spiel von den Entwicklern und dass die dann ein bisschen schneller fertig werden. Wie gesagt, ich meine, damals war so das Versprechen, dass das Spiel, glaube ich, jedes Mal dynamisch generiert werden soll. Oder wurde gesagt, aber vielleicht habe ich auch etwas falsch in Erinnerung. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Und lasst gerne einen Daumen nach oben hier auf dem Video und einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Sorry.